Läuft, wir gehen jetzt zu Brammen in den Channel, zu Team Blau und schauen mal, was wir da für eine geile Abmod uns abhashen können. Also wenn du dich für den Bus entscheidest, führst du die erste Runde ganz normal mitfahren und dann ballern. Aber ich kann ja immer anders entscheiden, welches Gefährt ich nehme. Ja, jede Runde. Genau, zwischen dem Rennen. Über mir seht ihr die Teams mit aktuellen Punkten und Runde. Das bleibt Dauerabteil blendet. Und nach drei Minuten machen wir sowas wie ein kleines Interview mit den Teams. Und ganz wichtig, da werde ich euch jede Runde darauf hinweisen, Team und Auto auswählen, weil derjenige, der hat verkackt, der kriegt Minuspunkte für sein Team. Ja. Und wir müssen das Team immer wechseln, nach jedem Rennen. Genau, da musst du nach jedem Rennen nämlich neu wechseln. Was? Ja, du kriegst nach jedem Rennen eine andere Farbe zugewiesen und musst wieder auf Blau wechseln. Ach so, okay, verstehe. Weil die Map wechselt und dann wechselt gerade die ganze Scheiße hier. Ich habe angenommen, Rauder. So, nice, da wurde ich nochmal darauf hingewiesen vom lieben Horsi, dass eine Runde nur eingestellt war. Gut. So, fünf Runden. Ramm kann Ramm, ja. So. Okay. Ich weiß nicht, wer euer Lieblingsteam ist, das könnt ihr natürlich hier im Chat auch wieder abstimmen. Wir haben auch alle bereit gedrückt, ja, Papa Platte noch nicht, sehr gut, vielleicht fährt er nicht mit. Jen auch noch nicht. Dann jetzt bereit. Schade, Jen ist dabei. Nancy hat noch 17 Sekunden, hoffentlich verkacken die ist, das wäre schon nice. Was ist, wenn mein Controller alle geht? Oh, Papa Platte fehlt noch. Bitte nochmal abbrechen, bitte nochmal abbrechen, bitte nochmal abbrechen, bitte nochmal schnell abbrechen, bitte schnell abbrechen, bitte schnell abbrechen, bitte schnell abbrechen. Wir müssen neu starten, Kevin ist nicht da. Wir müssen neu starten, Kevin ist nicht da. Wir müssen neu starten, glaube ich, weil Kevin nicht da ist, richtig? Was? Kevin ist nicht da. Kevin ist nicht da. Kevin ist nicht da. Kevin ist nicht da. Kevin. Kevin. Okay, also ne, aufgeben, drücken reicht. Aufgeben, drücken. Wo steht denn aufdrücken? Nicht beenden. Aufgeben, drücken reicht. Aufgeben, drücken reicht für euch. Er ist auch nicht da. Er sitzt nicht auf seinem Stuhl, deshalb... Doch, doch, ich bin da. Ja, wir starten mal eben neu. Sollen wir das schon beenden? Aufgeben, drücken. Also Escape und dann aufgeben, drücken. Okay, hab ich gemacht. Habt ihr auch gemacht? Es ist nicht Frühstart, Spätstart. Wir machen einfach kurz neu, das ist ja auch Easy Game. Wer hat denn noch nicht aufgegeben? Ich würde hier einmal Escape und Aufgeben drücken, das wäre ganz großartig. Nein, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Ich weiß, ihr seid engagiert, aber... Äh... Ja, alles gut. So, gut, dann geht's gleich direkt los. Okay, damit sind wir hier einmal durch und ich mach mal direkt wieder... Äh, bereit... Muss ich zurück zur Lobby jetzt drücken, ne? Ja, genau, zurück zur Lobby. Ach so, verstehe. So, und jetzt... Wir sind jetzt aber noch blau. Ja. Aber das kann halt sein, dass das nicht so ist. Weißt du, wie ist das? Ne, wenn die Map weg sind, ist das nicht mehr so. Das ist doch aus Friendly Fire Shooting. Äh, Lara, du bist rot. Also, das ist nicht intended, aber das ist aus dem Friendly Fire Shooting. Jetzt bist du gut. Warum kann ich mit meinem Controller links nicht in diese Leiste reingehen? Kannst du mit dem Controller denn überhaupt bewegen? Was? Entschuldigung? Kannst du mit dem Controller überhaupt irgendwo hinbewegen? Wir werden gleich folgende Situation haben. Ich werde mitstarten, aufgeben, wechseln in den Zuschauermodus und dann... Mit dem D-Pad. Mit dem D-Pad links-rechts. Jetzt los. Geht auch nicht. Mit dem Zuschauen. Ne, ich kann da auch nicht rüber. Oh mein Gott. Das muss man mit der Maus machen. Also, ich kann jetzt mit der Maus kann ich's machen, aber... Ja, ne, ich weiß nicht wieso. Geht nicht mit dem Controller. Ja, mega professionell. Okay, technische Probleme. Ist egal. Ja, okay. Nur den Controller nicht rausziehen, nur zur Info, weil dann musst du Breakfast neu starten. Echt? 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 Dankeschön. Ja, ganz schön. Das ist ein bisschen retro, aber... Batterie hab ich gehört. Hol ein Kabel. Ich bin ein bisschen alt für... Warum denn? Wenn das Ding alle geht, ist RIP. Ja, dann steck ich's schnell rein. Haha. So, seid ihr bereit? Seid doch, wir sind Team purer Sex. Wir sind bereit. Alle bereit? Team Blau, bereit? So. Alle sitzen bereit hier. Blau, blau, immer bereit. Ich bin sowas von bereit. Wir haben vier rote, vier gelbe, vier grüne. Let's go! Oh nein, drei, zwei, eins. Wart, geht ab, ihr ganz schön. Willkommt zurück zu der Aufmerksamkeit. Nja! 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 Also aus irgendeinem Grund ist der Server abgestürzt. Einfach nochmal joinen, wir probieren das nochmal. Wo ist der Wurm? Irgendwo da drin ist der Wurm. Einfach nochmal starten. Okay, ja. Was war jetzt? Der Server ist abgestürzt. Keine Ahnung warum. Da ist der Server gerade abgeschmiert. Warum auch immer, wir starten einfach nochmal neu. Guckt kurz, dass ihr das Passwort nicht zeigt. Aber du musst alles wieder neu machen, mit Farben, mit Auto. Hier verifiziert er hier irgendwas, keine Ahnung. Was muss denn hier los? Passwort ist sichtbar. Hey, Passwort ist bei uns okay. Ich kann eingeben, was ich möchte. Das Passwort wurde nicht geleakt. Ganz entspannt Leute. Ich konnte eingeben, was ich möchte. Das Passwort ist nicht geleakt. Leute, ich kann da auch... Ich hoffe, Trill? Sahne, Wurst, Brot eingeben. Das ist alles okay. Du musst Wagen neu auswählen, ne? Ihr müsst jetzt alles neu auswählen, beziehungsweise auch neu einfärben. Nein, oh Mann, ich hab so ne schöne Farbe eingestellt. Schaut nochmal kurz, ob eure Wagen alle noch richtig eingefärbt sind. Weil ich glaube, das ist weggegangen. Irgendwie hab ich all meine Sachen verloren. Schaut nochmal kurz nach den Farben von euren Autos. Kann sein, dass sie weg sind. Ja, die sind komplett weg. Ich bin auf einen anderen Server gegangen und man konnte früher Leuten nachjoinen und hat dann einfach deren IP gesehen. Ach, ganz verwirrt. Könnt ihr eure Farben nochmal checken, dass wir gleich alle richtig schwachen? Ja. Dankeschön. So. Also, Chat, jetzt sind wir hier ganz alleine für uns. Das war gerade nicht das Passwort, was geleakt wurde. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Falsches Auto. Also, so. Wir schauen mal eben. Ich habe den Rocket. Das ist noch falsch, richtig. Dankeschön, Chat. Wir gehen auf den Killer Bee. Warum auch immer der Server gerade abgeraucht ist. Bisschen belastend. Ich glaube, das passiert jetzt nicht mehr. Das würde jetzt unter einem schlechten Stern stehen. Ist aber nicht unmöglich, da das Spiel immer besser gepatcht wurde. Falsche Farbe. Ich habe eine falsche Farbe. Nee, bei mir ist das egal. Ich, äh. Sturmwaffel falsch. Oh, warte mal. Sturmwaffel ist noch Team Gelb. Sturmwaffel ist eigentlich Team Grün. Ich gehe mal eben kurz ihm Bescheid sagen. Dankeschön, Chat. Aber vielleicht färbt er gerade noch einen. Wir werden vorne mit dabei sein. Wir werden bei den Top 3 jetzt mitmischen. Hauptsache, ich komme das der Kurve gut raus. Kannst du das Team noch wechseln? Du bist noch Team Gelb. Ich muss Team wechseln. Ich wollte gerade fragen, ob man das... Du musst Team Grün gehen. Das ist X drücken. Ach, X drücken. Okay. Nice. Das ist Team Blau. Warte mal. Das wechselt ja... Und wäre awesome, wenn du das bis Team Grün machst. Ja, nice. Ja, ja, nee. Habe ich verstanden. Nur gerade eben war das schon automatisch irgendwie... Okay, alles gut. Ich dachte, ihr macht was. Okay. Danke. So. Wir haben vier Grüne, vier Rote, vier Blaue und vier Gelbe. Was bin ich denn? Grün. Nee, wir haben fünf Grüne. Nice. Hi. Ist das Absicht, dass du gleich aufgibst? Ja. Ich... Ähm... Nee, eigentlich wollte ich... Eigentlich wollte ich an die Seite fahren. Stimmt, ihr habt recht. Ich wollte eigentlich kurz nach vorne fahren. an die Seite, damit ich den hinter mir nicht blockiere. Absolut korrekt. Dankeschön, äh... Black WG für den Hinweis. Das habe ich gerade im... Im ganzen Chaos hier mal wieder... Was ist falsch mit euch? Äh... Ein wenig vergessen. Jetzt schon ab... Sag dir Doktor, herzlich willkommen zu... Es gibt schon eine Wette. Immer, immer, immer. Oh, ha, ma, ma, ma. Nein. Es gibt schon eine Wette. Äh, Paul fehlt noch. Ich kann den Text auswendig. Oh, das Powerdashcam. So, ich brauche noch ein Auto. Okay. Bram gönnt sich noch den Starbeast. Bram, hast du den schon eingefärbt? Ich habe den eingefärbt. Der ist blau, ja. Der musst du mal ja neu anfärben. Ja, ja, alles gut. Ah, ich muss meinen... Ich glaube, Lara hat noch nicht eingefärbt. Sehr gut. Wir sehen gleich... Wir sehen gleich wahrscheinlich... Mindestens ein Auto, was nicht eingefärbt ist. Das ist dann, äh... Oder? Ist gut? Ja, ne? Jetzt schon. Hallo? 48 Sekunden noch. Nichts. Was ist denn? Weiß nicht. Ja, ich hoffe, das wird jetzt was. Nachdem wir Startprobleme zum einen bei Kandidaten hatten, jetzt ein Schug auf... Ja, seid ihr noch da? ... beim Server. Ja, bitte, was ist denn los? Ich finde, wir müssen bei Wreckfest mal nachfragen, ob die mal so eine Mod machen können, wo die Autos auch so Haare kriegen. Das ist was. Möchte ich jetzt noch mal eine Mod machen, sie? Ja. Haare? Oh Gott, es geht los! Ja, geht aber los. Okay, 3, 2, 1, 2, 2, 1, kommst los auf! Oh, Mann! Oh, ich glaube, das war nicht so gut, was ich gemacht habe, aber wird schon. Da drauf können wir aufbauen. Ist das ein PewDiePie-Ding? Oh! Ne, das sind 2000 Folgen weg. Oh, erste Kurve hier wird... Oh, Bram ist ganz schief! Oh, scheiße! Und wird von Power-Plan durch die Gegend geschoben. Hau ins Dach! Entschuldige, Bram! Ich glaube, das war gewollt. Ich bin wieder dritter, wie eben. Oh nein! Ich bin zwölfter! Jen, gerade auf dem ersten Platz, wurde aber von Peter überholt. Ich krieg's nicht hin mit der Bremse, ne? Warum denn nicht die Handbremse? Christian fährt mit dem Bus rückwärts und trifft jetzt auf die ersten. Oh! Da wurde schon einer weggemacht. Natürlich die aus dem eigenen Team. Du mieser Spacken! Oh! Da wurde Sturmwaffel aus dem eigenen Team weggecrashed. Die Autos schwimmen aber mehr als vorher. Eieieieieiei! Halleluja! Oh, die beiden, die weg mussten gegeneinander. Ich bin jetzt, Achtung! Hinter Papa Plattel! Sturmy ist fast dead, Leute! Startziel sind wir jetzt sofort, Niklas. Erst die Siebter, hinter Bram im Sechster. Schnell ausgewichen hier! Niklas ist am startenden Bus. Vorsicht, Vorsicht! Oh Gott! Danke, sehr gut gemacht, Niklas. Ich frag mich grad noch, wie ich... Oh, das wird gebremst. Ich komm nicht mehr auf den Shrekfest raus, um den Channel zu wechseln im Discord. Das müssen wir gleich nochmal ändern. Das tut mir sehr leid. Aus irgendeinem Grund komm ich nicht aus dem Spiel raus. Keine Ahnung warum, werden wir nachher noch klären. Oh, der wusste ganz genau. Der wusste ganz genau, was jetzt passiert. Ich komm nicht aus dem Fässer aus. Aber das ist egal, dann bleiben wir diese Runde bei Team Blau. Einfach dranbleiben. Und flüstern mal, was die so zu sagen haben. Oh mein Gott, Alter, holy shit. Drück Escape. Guck mal, dankeschön für diesen Five-Head-Move. Dann gehen wir mal zu Team Blau. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Okay, ich bin nur noch dritter Platz. Ich glaube, das war Reeve, die da einmal richtig eingehalten hat mit ihrem Bus. Oh, du Ratte. Oh, hier können wir jemand reinrammen. Ne, nochmal jemand kommt, das ist eine gute Strecke. Da kommen jetzt noch einige, die unter Viertel sind. Vor Start Ziel sind die jetzt. Was macht der? Er dreht sich, okay. Ich hab nur noch elf Leben und komme als Vitter durchs Ziel. Die Busse haben mich alle mitgehoben. Achtung, ich halte mich wieder rechts. Lara dreht Paul. Ein paar anderen Kollegen weg. Oh, ich bin demoliert. Okay, okay, lieber zu Team Gelb. Du machst das, du machst das. Shit, boom. Okay, alles safe. So weit, so gut. Peter ist der Erste, der ausgeschieden ist. Lara ist auch schon fast raus. Nee, 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 als erstes. Oh, du kannst hier. Lara demolieren. Ich hab Lara demolieren. Punkte gibt's auch. Nein, Punkte für Lara. Deswegen war es wichtig, kurz vor der Linie ihn zu überholen. Richtig stark. So, wie es aussieht. Also, wir haben trotzdem sehr wenige Punkte. Scheiße! Scheiße! Was? Ich bin raus! Vielleicht ist es mich fast getroffen. Aber alles safe. Oh, ich glaube ihn auch raus. Scheiße. Okay, alles klar. Oh, Mist! Oh, das wäre jetzt auch da drin. Oh, Junge, dann disappear doch. Ei, 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 ei. Hier werden nicht viel überleben, glaube ich. Das ist eine Scheiße. Das geht hier ganz schön ab. Christian wählt hier Trillungsau raus. Oh, Junge. Schön. Ich hab noch 19 HP. Es ist jetzt schon 20 umzubringen. Versuch nicht getroffen zu werden. Es ist jetzt schon 20. Es ist nicht smart, sich umzubringen. Okay, also lieber durchfahren, sagst du. Ja, außer du siehst. Okay, da kommt was auf mich zu. Lieber hinter dem Ziel erst. Okay, da kommt was auf mich zu. Okay, da kommt was auf mich zu. Ich hab Paul gekillt. Ich hab 19 HP. Soll ich mich umbringen? Ich glaube, Antonia macht das. Christian hat Paul gekillt. Nee, 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 nee. So einen Balken hab ich noch. Wie viele Runden hast du noch vor dir? Aktuell führt Team Rot bei 69. Wir haben noch eins. Wenn man raus ist, ist man dann raus. Wenn du raus bist, bist du raus. Ach so, ich dachte, wenn man respawnt dann. Und ich bring mich die ganze Zeit weiter. Nein, 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 nein. Was? Das ist ja wie im echten Leben, dass er übel ansteht. Okay, ich hab mich ohne Fischstub gekillt. Kevin hat Fischi noch gekillt. Du hast ihn gekillt, ja? Wait, ja, ich bin aber auch raus. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Stubi, was tust du denn da? Okay, es sind noch acht Leute am Leben. Wenn man einmal zerstört ist, dann ist man zerstört, oder wie? Dann bist du zerstört, du kommst nicht wieder rein, richtig? Das ist krass. Und wenn dich ein Gegnerteam zerstört, kriegen die fünf Punkte. Ja, da kommt ein Bus. Das ist sein eigener Mann. Ja, aber ich komme ja nie ins Ziel. Dalu dürfte jetzt eigentlich auf Honor treffen. Das könnte übel werden. Fünf, auf jeden Fall. Schön, schön. Schön angetäuscht, Dalu. Wait, Jen, du bist auch schon tot, oder was? Ich bin tot, ja. Christian holt sich noch einen Kill. Freddy, I believe, du holst es. Christian hat noch einen Kill geholt, nice. Aber Dalu holt sich Christian. Dalu hat mich dafür geholt. Ich glaube, wir machen zwei Busse. Was? Oh, 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 hier ist noch ein, ein letztes Puzzle. Ja, dann fahr du Auto. Es kann doch nicht sein, wie viele Leute hier gecrashed werden. Also ich habe auch noch... Trill braucht noch einen Hit. Oh, wenn, wenn, wenn... Oh, das wäre eigentlich ziemlich nice. Aber ich glaube, der ist erst da. Ich mache den Game Sound ein bisschen lauter, Leute. Ja. Komm, gönnt euch. Also wer auch immer Trill trifft, wirklich ein Mini-Hit und der ist down. Ja, Trillux könnte ein Easy-Snack sein. Das ist rot. Okay, okay. Oh, oh, oh. Niklas holt sich noch Dalu. Oh, Niklas könnte sich aber auch. Bram hat gewonnen. Glückwunsch hier an der Stelle. Wir gehen mal direkt zum Blau rein. Ah, fuck. Mach auch, mach auch. Muss noch einen Kill holen. Da kommt jetzt einer entgegen. Ja, das ist Trill. Trill musst du holen, der hat nichts. Oh! Nein! Bremsen, setzt zurück. Bremst und setzt. Oder fahr durch. Nee, fahr durch, fahr durch, fahr durch. Du bist viel näher am Start-Ziel. Pass, 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 pass. Vielleicht kriegst du Trill noch auf dem Rückweg. Eieieiei. Es sind ja noch zwei Kurven. Dass du noch der Start-Ziel sofort noch kriegst. Das könnte eng werden. Glückwunsch ist das. Es ist ja auch nicht mehr lange. Egal, probieren. Besser als stehen. Sturmy kommt auch noch ins Ziel. Wenn den nämlich kriegst, dann bin ich noch Zweiter. Als Dritter. Trillux Vierter. Kommt wahrscheinlich nicht mehr ins Ziel, oder? Schade. 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 Nächste Runde. Geile Punkte. Aber... Lara, Fischi, ihr wart beide tot. Spider geworden. Ja, ich hab Fischi einmal getroffen. Tut mir leid, ey. Das war... Ich mein, das ist... Man musste schnell entscheiden, ne? Aber dann lieber einen durchlassen, als den anderen killen. Aber... Das war schon sehr nice. Also immer... Fischi, als Fahrer würde ich nur fahren, außer du kannst ihn safe töten. Ja? Wenn der nicht safe tot ist, also nicht nur zwei Striche hat oder so. Fahr lieber weiter. Weil jede Runde gibt halt Platz 1 neun Punkte auf Platz 2 acht Punkte und so weiter. Geht schon weiter? Leute? Ne, ne, ne. Die Map wird erstmal gewechselt. Die Map wurde gerade gewechselt. Team auswählen. Lara ist grün. Fischi ist rot. Peter trägt gerade die Punkte nach. Gönnerhaft. Hat er sich fünf Punkte für Team Rot gegeben? Kurz mal, wenn ihr eine Ansage macht, sag mal bitte links oder rechts aus eurer Sicht. Okay. Okay. Die haben sich fünf Punkte geholt. Also... Die haben sich fünf Punkte geholt. Guck mal, selbst gerade hier rein, ne? Wenn man von Teufel spricht. Ja, Glückwunsch, Team Rot. Was ist denn hier los? Stark. Ja, du bringst uns Glück, wenn du am Anfang Dalu killst. Ja? Habe ich Dalu gekillt? Ja, nicht gekillt. Ich war links. Ich wollte links an dir vorbei. Das finde ich gut. Und du ziehst links rüber. Ja, aber ich fahre ja immer direkt nach außen, Dalu, ne? Ja, aber ich konnte auch nicht nach rechts fahren, weil dann hätte ich dich auch gerammt. Aber ich bin so schnell gewesen, du konntest mich eigentlich gar nicht berühren, oder? Du fährst nicht schnell, das Ding, dann wäre ich noch nie vorbeigetroffen. Meinst du, ich soll ein schnelleren Wagen bin, Dalu? Möchtest du mir das sagen? Komm, dann nimm ich auch den Star Beast. Machst du lieber wieder den Rasenmäher Aufgeben-Boof. Nee, dann blockiere ich dich ja wieder. Das wäre ja auch nicht okay. Okay. Dalu, ich habe jetzt den krassen genommen. Mit dem kann ich genauso schnell wie du wegfahren. Hoffentlich. Und dann läuft das. Aber Glückwunsch, fünf Punkte ist natürlich schon ein ordentlicher Start. Ja. Aber ist ja noch alles drin. Zweite Runde startet gleich, also viel Erfolg euch. Ich sehe schon, es sind schon wieder viele bereit. Also geht weiter, ne? Ja, ihr ballert jetzt. Wir müssen ja auch zwölf schaffen, ne? Also go, go. So, bleiben wir mal. Das ist ja nicht direkt gewesen, Sepp. Was denn? Ist keiner beschwert. Punkte? Ja, hast du gut gemacht. Die sind nämlich gar nicht so gut gemacht. Aber musst du jetzt nicht auf Rennen zwei von zwölf ändern? Genau, das wäre noch, äh, Five Hell. Also das wäre, das wäre plus, also würdest du ein Sternchen für kriegen, Peter? Wenn du das noch ändern könntest. Immer. Ja, okay. Das krieg ich hin. Dankeschön. Nice. Das fiel mir hier in der Tabelle auch noch die tatsächlichen Punkte, die gemacht wurden. Oh. Oh, das ist aber, ach, für Gleichstand nachher? Ja, und damit ich, wenn ich, ich muss ja hier in Andys geiler Nummer, muss ich ja die ganze Zeit immer zusammenrechnen, wer was kriegt. Da kann ich ja gar nicht gucken, was ich vorher eingezippt habe. Ach so, ja, stimmt. Du musst, ja, stimmt. Du musst dann direkt addieren und ja, ich weiß, was du meinst. Jo. Ja. Der Peter, der macht das ganz großartig. Bisschen angeschlagen heute, aber trotzdem mit seinem Team hier auf dem ersten Platz. Also ich hab das beste Team ever. Ich hab das gefühlt. Ja, guck mal. Peter hat sich auch richtig gefreut hier. Über Team Rot. So, euch viel Erfolg. Oh. Auf geht's. Oh, wir starten weit hinten. Aber Grün ist auch am Arsch. Ist jemand hinter mir? Kann ich links? So. Links ist super. Hahaha. Direkt Paul-Level. Starker Start von uns. Vorsicht. Hier ist ein bisschen was los. Der weiß glaube ich nicht, dass man resetten kann. Doch, aber du musst ja erstmal Geschwindigkeit verlieren. Hm. Aber er hat mir trotzdem versucht, mal weiterzufahren. Ja. Powerplatte hier am Start. So, Fischi ist hier vorne. Den hab ich mal gedreht. Oi, 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 oi. Oiii. Oh, da. Das ist so viel für die Kurve. Ja, das ist gut. Ach du Scheiße. Lara hätte ihn fast richtig mitgenommen. Sascha statt falschrum. Aber Sascha. Muss hier Offroad fahren. Muss hier Offroad fahren. Ein bisschen Plätze verloren in der Kurve. Nancy kommt ein Scheiß hinterher. Niklas auch. Hier vorne. Die Führung. Oh, die ist aber gemein die Kurve. Das ist wirklich krass. Hat gerade Sturmwaffel. Da kommt der nächste Wurst. Der ist blau. Oiii. Ja, dann bin ich auch. Ich bin auf der rechten Seite. Das hat wir getan. Oha, schon eins. Anna nimmt hier alles mit gerade. Ich muss zurücksetzen. Oh ja. Kannst du aber durchfahren. Reef kommt noch hinterher. Und ballert da noch. Oh, das war ärgerlich. Ja. Was ist denn? Der Dalu, wie besoffener Mensch. Alles klar. Okay, nach diesem geilen Move. Ja, das sah lustig aus. Theorie. Oh, zum Glück hat sich Bram gerade zurückgesetzt, Alter. Team Gelb. Okay, da kommt ein grüner Bus. So weit, so gut. Also wir haben zwei Busse bei Team Blau. Das scheint wohl jetzt so ein bisschen taktisch zu sein. Ich hab das Gefühl. Okay. Er legt's auch nur drauf an, ey. Okay, äh. Papa Platte hat ein AP. Oh, Papa Platte ist gleich tot. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mich hat gerade das Seichen gesetzt. Warum hat er so gesandwiched? Arme Sascha. Oh, der arme Christian! Was für ein Sandwich, ey. Alter, Bram. Bram hat mich auf zwei Reifen geballert. Ey Sascha. Sascha ist nicht begeistert. Ich hab die Federung nicht so. Ui, mir Luchs! B devon schon richtig weggeballert. Also Busse. Ja, ich muss noch aufpassen, hier kommt noch ein Bus, ich versuche einfach irgendwie noch eine Runde zu fahren, wenn Fischi da ballert, ich weiß es nicht, oh nein, wir sehen aber gerade, oh, Kevin konnte noch, 33 Punkte, nice, oh, der hat echt noch ein Leben, oh, Fischi, ein riesiges Dodge Game hier gerade, teammate blockiert ihn, oh, okay, ich konnte noch eine Runde fahren, dann nimm's Relux mit, nein, ey, mein Bad, mein Bad, mein Bad, Scheiße, okay, Kevin hat versucht abzusnacken, hat aber überhaupt nicht funktioniert, gar nicht funktioniert, aber Christian ist auch richtig, oh, Niklas, die sind wieder vier Fahrer, tot, Lara hat sich Christian gesnackt, Nein, nein, nein! Team Grün führt aktuell, aber ich glaube Team Grün hat nicht mehr viele Fahrer. Das könnte tricky werden. Und dann noch, glaube ich, Peter. Auf jeden Fall Team Rot. Oh, 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 oh! Scheiß, egal, egal, egal. Jetzt ist es aber gut, weil Niklas hat nochmal die anderen, obwohl Trelux ist, genau hinter dir. Lara fährt auch mit dem Bus, der Doppelbus bei Blau. Oh, Dalu holt sich aber hier Niklas. Ich war ganz rechts, ich war außen. Trelux hinter mir, hol ihn dir. Dalu holt sich Niklas. Oh nein! Schade, schade. Oh nein! Hat sich ja mal Lara. Oh, 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 oh! Ich bin tot. Bist du tot auch? Fuck. Hast du das gesehen? Wie die mich gesandwicht haben, wie bei so einem Gangbang. Wir geben aber ein bisschen Rot rein. Stark. Ja, knappes Ding. Ich hab mal aus der Rena geflogen. Statt, Team, Statt! Ich hab 6 HP. Ja, jetzt wird aber auch weggeballert hier. Dalu ist in seiner letzten Runde. Wenn er das jetzt noch macht, das könnte ein guter und wichtiger Punkt geben. Ich hab die Lara gerade versucht, das zu kriegen. Er ist aber so rausgefahren. Ich tu's mal für nicht gut bin. Dalu spielt jetzt. Dalu spielt jetzt tot. Oh, du links, ich rechts. Sie können nur einen von uns erwischen. Dalu, was war das? Ab durch die Lücke! Ich hab's auch geschafft! Jenny ist ganz böse! Oh Gott! Jetzt einfach ein Ziel, ist nicht mehr weit, oder? Ist nicht mehr weit. Okay, Trilux und Peter. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wir haben beide auf den ersten zwei Plätzen. Das gibt richtig fett Punkte für die Runde. Also ihr drei und drei Buste, glaub ich. Ja, nur noch vier. Wir haben mega gut. Das heißt... Das heißt... Jen und Lara sind die einzigen und Nancy noch. Das war ne gute Runde auch wieder. Aus den anderen Teams. Richtig gut, vor allem vergleichst du den anderen auch von Punkten. Lara, das bringt jetzt nicht mehr so viel rückwärts zu fahren. Aber hey... Alter... Werden noch Punkte verteilt wohl? Wenn hier da... Wenn noch Leute geföhnt werden, oder? Das Einzige, was auch sein könnte, ist, dass Reef einfach über die Ziellinie fährt. Also richtig... Oh, Lars und Nancy sind da noch voll... Das war es reichzeitig eh nicht mehr. Ja, macht das nicht, wenn man im Bus fährt, sind und jemand ist schon im Ziel, dann doch richtig rumfahren? Halleluja! Das war sogar richtig... Ja, aber da war auch der ganze Grund geschafft. Tim Roth war... Nur auch insane! Der Achte... Also zählt Punkte fürs übers Ziel fahren. Stimmt auch, ja. Also es geht... Der Achte als Ziel ist gar nicht, oder was? Nur Start-Ziel überfahren? Nur Start-Ziel. Team Grün holt sich damit... Oh, komm! Komm, Lara noch, komm! Ah, klar! Ja, oder? Ach, krass. Nee... Und dann äh... Team Grün und Team Blau, sehr la... Aeinander alle. Wie da freistell ich? Wo sind denn die anderen? Stark, stark, stark. Nice! Alter, die haben wir ja komplett deklassiert. Sauer! Most Power Dashcam ist halt über die Absperrung. Die haben gerade 45 Punkte nur bekommen und waren echt früh raus. Das hat weh getan. Ach, mehr Busse sind? Nee, ich glaub nicht. Nee, nee. Taktik! Taktik! Ja, das wär auch gut gewesen. Ja, das wär auch gut gewesen. Looping Map! Ja, komm. Ich find's schon ziemlich hart. Looping Map. Was haltet ihr davon? Fracknado? Okay. Könntest du mich bitte das nächste Mal auf ein Getränk einladen, bevor du mich so hart fickst? Oh toll, jetzt konnte ich das nicht mehr schreiben? Nein! Ich glaub, ich nehm jetzt mal doch ein Auto, oder? Soll ich mal ein Auto nehmen? Eieieiei. Ich weiß nicht. Also wenn du... Es lohnt sich halt erst ein Auto zu nehmen, wenn du unter die ersten fünf fährst. Ja, nee, das schauen wir nicht. Es sei denn, es fliegen halt vorher alle raus. Das klappt ja ganz gut eigentlich. Ich war selbst mit dem Bus jetzt vierzig. Also hier wird jetzt ein richtiges Gemetzte sein. Hier sollte man sich zurückhalten und möglichst als letzter prevailen. Denk ich. Ich werde auch vermutlich nicht mehr durch das Looping fahren. So. Das ist die Looping-Strecke, das ist einfach meine Strecke. Das ist einfach meine Strecke. Nancy, Strecke. Ja, dann wollen wir doch mal direkt loslegen hier. Okay. Das mache ich auf Standard. Warum habe ich denn jetzt... Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Event mal wieder. Bis auf die kleinen Startschwierigkeiten, die wir hatten. Aber jetzt läuft und jetzt ballern wir richtig. Ja, ich gehe einfach Richtung. Nach drei Rennen... Noch eins hoch, aber da sind zu viele Huckels. Oder nicht? Teams nicht vergessen. War irgendjemand nicht? Nö, ist alles richtig. Aber wir sind jetzt im Rennen drei von zwölf. Nach zwei Rennen steht es 10 Punkte für Team Rot, 6 Punkte für Team Grün, 4 Punkte für Team Blau und 2 Punkte für Team Gelb. Für alle, die dazugekommen sind später, machen wir nochmal eine kurze Übersicht für die Teams. Die Teams bestehen aus... Wir müssen auf uns gegenseitig laufen. Wartet mal kurz... Aus Team Rot mit Peter, Dalu, Trilux und Reefd. Team Blau, Brammen, Niklas von Bonjour, Lara und Fischi. Team Gelb ist Sascha von Vernünftig, Horsey von Horsepower, Dashcam, Paul von Dr. Freud und die liebe Nancy. Und Team Grün besteht aus Christian, Papa Pladde, Sturmwaffel und Jen. Also für alle, die noch später dazugekommen sind. Weiter geht's mit der nächsten Runde. So, auf geht's. Sascha, du hast es. Ich bin auf jeden Fall vorne. Jetzt hat Papa Plattern Bus. Ernsthaft? Die wechseln alle hier. So, ich bin Vierter, ich sehe vernünftig als Ersten davonfahren. Ja, sehr gut. Noch fahre ich noch... Ja. Gerade angefangen. Ja, also da wird sich noch ein bisschen was dran ändern. So, ich bleib jetzt hier stehen und fange alle an. Oh, Horsey, sorry! Oh nein! Nein! Oi, 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 oi. Da bin Tart blockiert. Zwei Busse stehen hier quer und da geht's in den ersten Looping hier. Lara hat einfach mich weggepumpt. Eieieiei, aber... Ich will hier doch einfach wegfahren! Nein, Reap! Oh Gott! Ich bin über Antonia. Schön! Das sind sowieso alle aus dem Looping raus. Alter, ich hasse dich. Aber gebremst. Ah, Antonia hat hier nochmal blockiert mit dem Rückwärtsgang. Wir gehen mal zu Team Grün. Wie hat denn eigentlich Team Grün schon... 1, ich bin noch auf der 1. Team Grün hat ja insane viele Punkte. Oh, ich hab Lara richtig Damage gemacht! Holy! Alter, der ist halt übel kassiert! Das war smart! Das war smart! Alter, guckt euch mal das an! Team Grün hier vorne! Okay, Lara ist echt fast da vorne. Mit drei Leuten richtig sick am Start. Ja, Lara ist einfach hier oben. Sehr nice. Ich bin noch auf der 1. Ich bin noch auf der 1. Sehr gut, sehr gut. Oh, was für geile Schuss wir hier machen mit der Kamera. Okay, okay, okay. Halleluja. Okay. Hier geht's jetzt in den Looping rein. Oh krass, der wurde von Peter weggekickt im Looping. War jetzt aber nicht so optimal für ihn. Bisschen zeitverlorene Jen führt gerade hier... Ah, verdammt. Brauchst du mich? Den ersten Platz an. Krass! Nice, nice, danke. Let's go! Warum hat sie vorhin die ganze Zeit einen Bus gefahren? Toni will mich holen? Toni hat mich nicht geholt. Okay, Toni hat... Hat er nochmal getroffen. Aber Antonia steht hier gut für die Leute, die springen. Brot muss weg. Oh, 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 oh! Aber was macht sie aus? Ich muss korrigieren. Christian hat sie mitgenommen. Trilox hat sie aufgehalten. Yes! Oh nein! Überschauer, aber gehen wir mal... Gehen wir mal einfach bei Team Blau rein und hören, was die sagen. Oh mein Gott. Trennung. Jen fährt weiter hier vorne ihre einsamen Runden. Und ist sehr, sehr gut erster. Also... Trilox! Diese Stöckscheine. Klaas ist ein bisschen an an die Seite von Trilox. Vorne ist Brust-power. Papa Pappapapapatt ist gleich tot. Oh mein Gott, ich bin tot. Olaa wurde getötet beim Versuch Papaplatte wegzumachen. Ey, das ist halt wegen nem Looping, ne? Ich wusste nicht, dass ich damit nicht mit dem Looping gehen kann. Aber Trilux hat, glaube ich, Papaplatte erspäht hier mit wenig Leben und wird wahrscheinlich jetzt an ihm riechen. Alles gut. Er wird's versuchen. Alles gut, ich versuch's schon. Peter ist auch mit am Start, beide knuddern. Der grüne Bus passt tot, Leute. Der grüne Bus passt tot? Der grüne Bus passt tot? Leider getaked down von Peter. Der ist krass auf ihn draufgegangen. Heftig deftig. Jen ist schon durch. Holy shit. Wo ist Peter? Hab sie! Dalu ist hier auch noch mit am Start. Das wusste ich nicht mit den Placements, das ist so wichtig. Was ist denn hier noch los? Dalu fährt hier seine Runde. Ich mach jetzt hier geilen Sprung noch. Hepp! Antonia kämpft in der Lage. Hallo! Hahahaha! Hahahaha! Sind wir echt die letzten drei, die fahren? Ja! Uiuiui! Ja, Team Rot war sehr stark die ersten beiden Rennen. Aber im dritten Rennen... Richtig, richtig hart letzter. Dafür Team Grün... Der hat noch 20 Points gemacht. Das war sogar noch gut. Ja, dafür Team Grün mit 96 Punkten. Ihr habt die Demolitions gemacht. Mega stark! Mist, ich wusste nicht, dass das mit den Placements so wichtig ist. Mega mega stark. Wer als erstes über Start Ziel fährt, kriegt halt wirklich dick Punkte. Ah, okay. Pro Runde. Wir machen mal eine kleine Recap-Runde. Das zählt einmal über Start Ziel ist gleich viele Punkte wie der letzte. Und gehen bei den Teams mal eben rein und hören, wie so die ersten Eindrücke sind nach den ersten drei Sachen. Team Blau, hallo! 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 Wie ist euer Eindruck so nach den ersten Runden? Zweiter geworden! Ja, das war doch jetzt schon wieder besser, oder? Jetzt geht's langsam aufwärts. Ja. Jetzt geht's los. Ja, gut, dass Team Rot auch so abgekackt hat. Ja, ja, das war wichtig, glaube ich. Äh, die haben nach den ersten zwei Runden ja stark dominiert. Aber habt ihr jetzt nochmal Taktik geändert, oder wie kam die jetzt back in game? Aber ich wusste nicht, dass man mit dem Bus kein Looping fahren sollte. Und das hat mich so ein bisschen zerstört. Ja, da hast du dann natürlich so ein bisschen den Map-Nachteil. Aber gut, dafür hast du ja schlaue Teammates, die dich vielleicht noch beraten können. Aber es wird schon. Das machen sie schon. Ich hab jetzt auf Rennauto gewechselt, also Bus fühl ich heute nicht. Ich hab da mal eine kurze Frage. Wieso haben wir gerade keine Punkte gekriegt, als die Punkte aktualisiert worden sind? Äh, ich glaube, Peter ist gerade noch dran, die Punkte zu verteilen. Da ist noch was im Gange. Weil Team Gelb hat nicht nur vier Punkte, glaube ich. Ähm, deshalb, da würde ich frech behaupten, ist noch was in der Mache. Aber sonst, ich hab da ein Auge drauf. Sonst beschwere ich gleich einfach nochmal. Wollen wir sehr hoffen. Ja. Team Rot, das war ein Satz mit X, glaube ich, die dritte Renn. Auch wenn ihr super stark gestartet seid. Wir wurden gefokust. Ah, ihr wurdet gefokust? Echt? Ja, ja, ganz klar. Also ich hab nur gesehen, wie Trilux und Dalu sich gegenseitig weggeballert haben. Aber sonst, ja, okay. Kann sein natürlich, dass hier geteamt wird gegen Team Rot, die führen. Ähm, Punkte stimmen alle so. Okay, Bram war sich noch nicht ganz sicher. Stimmen die alle so? Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Moment mal kurz. Blau müsste sieben haben, oder? Ja, genau. Hab ich gerade schon gefickt. Peter hat das nochmal angepasst. Dankeschön, Peter hier an der Stelle. Aber ihr seid ja noch immer Erster. Also trotzdem noch sehr, sehr stark von euch. Aber Ausgleich. Also grün hat ja jetzt genauso viele. Ja, die haben Taktik geändert, glaub ich. Da geht was. Aber ich hör mal bei denen nach, was deren Verbesserungsansätze sind. Ist gleich. Hallo Team Grün! Hallo! Nice! Gezett zum ersten krassen Sieg hier. Ja. Was war denn da los? Ja, Jen ist einfach der Shit. Und wir haben geswitcht auf, ich mach den Bus, dadurch kann ich weniger Versauntes ziehen. Also Kevin, du warst mit dem Bus insane und Jen ist einfach gefahren wie die junge Göttin herself. So. Ach du Scheiße. Ich war mit dem Bus grauenhaft, Bruder. Ich hab vielleicht einen Typen gerammt oder so. Immerhin, ey. Okay. Also ich hab, Lara hab ich gut gegeben im Looping, da bin ich so von oben auf sie drauf gefallen. Ach schade, das hab ich leider nicht auf der Kamera. Ich glaube das sah ganz gut aus, aber bei dir sieht's ja, sah das nice aus bestimmt. Ja, Glückwunsch, ihr seid jetzt mit im Führerteam. Ihr seid auf Platz 1. Mal gucken, ob ihr das halten könnt in den nächsten Rennen und bis gleich. Bis gleich. Nancy, wenns, war schon der Streamname, ne? Ja, genau. Was ist denn da los? Was? Ja, genau. Wir sind beim Auslohn. Kannst du mir wirklich erklären, also ich bin wirklich zu dumm zu verstehen, wieso Team Rot immer 100 Punkte hat. Ja. Ja, aber nicht letztes Rennen, da hatten die 35 oder so. Ja. Ja, aber dann. Also da war ja ein Satz mit X, würde ich sagen. Fürs Rauskicken, ne? Kriegt man da jetzt Punkte oder nicht? Fürs Zerstören bekommst du 5 Punkte, wenn ich das richtig habe. Okay. Ja. Also richtig hart zerstören, aber du musst den auch angerechnet bekommen, ne? Kann auch manchmal sein, dass das Game sich denkt so, ach nee, das war nicht die Nancy, sondern doch jemand anders. Okay. Genau. Racken gibt 5 Punkte und ein harter Hit gibt einen Punkt. Ja. Und Assist gibt auch nochmal 3 Punkte. Vielleicht haben die da teilweise auch einfach sich zusammengetan und gemeinsam jemanden platt gemacht. Ja, die haben mich eben zu dritt rausgehauen, ne? Ein bisschen gemein. Na gut, es gibt dann natürlich Rack und 2 Assist Punkte, ne? Das kann man natürlich machen. Aber ich habe durchgerechnet, selbst wenn man alle rausschmeißt und immer erster Platz ist, kriegt man nicht so viele Punkte, also ich wittere Betrug. Ja, ich sehe das genauso leider. Wir haben es ja am Anfang auch schon festgestellt, dass Peter auf jeden Fall fuschen wird, ne? Also ihr könnt das ja nochmal im Auge behalten, sonst meldet euch nochmal bei mir und dann geht's los mit dem vierten Rennen. Seid mal herrlich, ich bin so schlecht in dem Spiel, ich glaube, ich nehme da gar nichts. Paul, du bist Teamleader. Ich habe dich gerade zum Teamleader bestimmt. Ach so, alles klar. Wir sind verloren, Freunde, wir sind verloren. Alles klar. Läuft bei uns. Ey, wird schon. Leute, kämpft. Bis gleich. Ja. Großes Taktik-Spiel. So. Peter, ich hätte vielleicht noch eine Bitte. Ja. Könntest du bei den Runden, ähm, bei den Rundenpunkten immer die Runde, die abgeschlossene Runde nur reinschreiben? Hä, vorhin habt ihr mir das genau andersrum gesagt. What? Vorhin habt ihr mir gesagt, ich soll quasi dann Runde zwei von zwölf reinschreiben, als wir die erste abgeschlossen haben. Oder was meinst du? Das würde ja auch Sinn machen. Mich persönlich. Warum haben wir jetzt zwei mal Runde eins von zwölf? Genau, wir sind jetzt in, wir haben jetzt drei Rennen abgeschlossen, weil wenn du jetzt einschaltest, steht es elf, elf, sieben, vier, bei drei von zwölf abgeschlossenen Runden. Weil sonst hast du nachher zwölf von zwölf und dann könnte man ja schon denken, theoretisch, ne, so, schon durch das Ganze. Ähm. Ja, dann mach ich das so. Dankeschön, Dankeschön, Peter. Also dachte ich nicht so, Chad. Okay. Ich bin sehr schlecht zwischen grün und gelb. Ich werde auch komplett an die Wand gedrückt schon. Was, was sagt ihr, Chad? Wie hättet ihr es lieber? Mir ist das ja... So, Nancy führt das Feld an. Ja, das hätte schlechter laufen können. Die Strecke ist ein bisschen einfacher gehalten, man kann hier aber kreuz und quer mit dem Bus fahren. Im Grün ist relativ... Also tendenziell würde ich sagen, Busse haben hier einen stärkeren... Also inklusive Bus. Ein stärkeres Ding. Ich war schon groß, weil es jetzt... Oh, die Strecke ist kurz. Ah, ne, doch nicht, das ist hier so ein Ding. Ne, das sind so zwei Kurven. Okay, dann ändern wir das nachher. So zwei Kreise. Die Strecke wurde überholt. Mhm. Bram führt jetzt hier das Feld an. Aber so richtig... Das war gar keine... Ah, unser Bus ist halt geil. Es wird jetzt hier nicht was. Kann das sein? Also es wird doch sehr fair gefahren. Wie siehst du bei Rot aus vorne? Ich hab schon stehen. Ich hab schon stehen. Ich hab nur zwei Busse, wenn ich das richtig sehe. Du kommst halt kaum ran. Paul und Rave. Das war stark. Das war stark. Tony, Vorsicht bitte. Ja, danke. Der Zweiter und Dritter über Ziel jetzt. Die erste Runde. Tony hat hier gesnackt, aber... Ey, wenn Tony mich jetzt... Wenn die mich jetzt noch... Oh, Fischi! Fischi abgelenkt. Oh, das kam ein, ey. Eieieiei, das tat weh. Jetzt kommt noch Papaplatte. Ich fahr das nicht. Tony kann hier halt... Oh mein Gott. Ah, ne, drei Busse haben wir. Das ist auch ein grüner. Oh, was für ein Hatz. Das ist dann... Das ist ja wahrscheinlich falsch. Das ist nicht dein Ernst. Ah, Gott, ey. Wechseln wir mal ein bisschen weiter. Paul versucht mich noch zu kriegen. Und Kevin kriegt jetzt Stummi. Oh nein, wer kommt da denn jetzt? Ich bin genau hier lang gefahren. Oh, ich geh mal zu Team Grünen. Entschuldigung. Hurry, sorry. Alle fahren so von vorne. Kevin kommt einfach von der Seite. Oh, sorry, 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 sorry. Ja, schön. Hi, nett. Hi, nett. Hallo, ho, schönen guten Tag. Nein. Kevin macht das großartig. Sein erstes Mal. Er hat fest gerade erst installiert. Und ich glaube, er hat seine Teammeldung identifiziert. Oh, richtig. Oh nein! Ja! Ich hab drücksetzen als ob... Ich hab nach wie zwei andere geholt. Sorry, es war bei Worf. Aber solide gemacht. Oh, guck mal, da kommt doch einer von hinten. Oh, komm. Oh, da wurde er rumgeworfen. Paul wollte sich hier Kevin snaggen. Mal, äh, zu Team Blau. Kackkurve. Oh, tschüss Christian, Alter. Mach dir mal mal Platz hier. Oh, nein. Oh, ich wurde halt geschlagen. Oh, Lara hat sich da hinten aber mal überflaschlagen. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Oh, das ist fast rot, Leute. Der grüne Bus. Ja. Oh Gott, Fischi... Oh, nein. Tut mir leid. Echt? Ich bin da hier nicht wache, der Kackkreuzer hier. Die Teams untereinander machen sich mehr fertig, als die Leute gegeneinander. Oh, nein. Das kann mir doch keiner erzählen hier. Oh, Fischi hat mich selber kaputt gemacht. Ich bin da hinten links von dir. Nice. Fahr lang, wenn du Speed hast. Ah. Ne, hab ich nicht. Mega knapp, aber von dem Punkt, da läuft es wahrscheinlich so wenig Takedowns gibt, weil es so wenig Busse gibt. Einfach überleben und möglichst viele Runden fahren, ja. Fahren, fahren. Rieft es hier am Start? Das ist richtig, nicht als Auto. So. Tony versucht hier die Punkte für Team Rot zu machen und kriegt das glaube ich auch ganz gut hin. Jawohl. Machen wir. Sturmy richtig gegeben. Wunderbar. Oh, sie versuchte noch zu finishen, aber Sturmy konnte sich zurück wechseln. Oh mein Gott. Paul wird hier von drei Grünen attackiert. Halleluja. Da hat selbst ein Bus keine Chance mehr. Wir gehen gleich alle rüber und schreien sie an, okay? Okay, okay, okay. Tony hat nicht mehr viel. Oh Lara, das war knapp. Oh. Ich bin nicht mehr letzter. Paul hat Tony weggemacht. Jawohl, das gibt für Team Gabe aber fett Punkte. Und der Bus ist bei Team Rot halt raus. Kann auch keine Punkte mehr machen natürlich. Peter werde ich nicht kriegen. Sechs Sekunden vor mir. Dalu hat noch nix an Leben. Peter fährt ganz vorne. Dalu. Oh, war das knapp. Dalu hat einen HP. Weiterfahren, weiterfahren. Wir sind nicht im Rennen. Dalu muss jetzt wirklich versuchen zu überleben. Genauso wie Nancy. Hau ab vernünftig. Nancy brems sogar jetzt da. Okay, ich fahr jetzt übers Ziel nochmal. Ich bin drei Runden als erstes übers Ziel gefahren. Komm, schnell, das ist kein Weg. Peter holt sich einfach das Ding. Egal. Lieber von Blau getötet. Okay. Dalu wurde gerade von Bram getötet. Mega gut. Gab natürlich nochmal Punkte. Super knapp. Also Team Rot 64 Punkte, Team Blau 60 Punkte und Team Gelb 61 Punkte. Oh, Team Blau hat jetzt 66 Punkte. Oh, da gehen wir bei Team Blau mal hin ran. Ach Gott, nein. Oh Gott, dein Geist hat mich gerade gerammt. Lara, fahr unten. Fahr unten. Schabbelt noch. 29 Sekunden, musst du bis zum Ziel. Oh, sie wurden nochmal Punkte geholt. Du musst durchs Ziel kommen. Komm, Lara. Wo ist denn das Ziel? Wie kommt die Paul da rein? Komm, Lara. Paul ist hier auch noch am Start. Fischi schafft es aber noch über die Ziellinie und dürfte damit nicht genügend bekommen. Schade. Dann reicht das gar nicht. Schade. Nach der nächsten Linkskurve. Das war trotzdem stark von Team Blau hier. Lang net. Jetzt nicht vor dir. Und Team Gelb hat den dritten Platz gelegt. Aber egal. Wieder zweiter. Schade. Porsi hat hier eiskalt mal ins zweiten Platz gelegt. Wieder zweiter. Alles gut. Übertreiben, aber... Wir sind schon wieder dritter, aber so knapp. Das ist ja ärgerlich. Ja, aber 15 Punkte. Ich sehe mich da tatsächlich... Team Rot oder Kot. Ja, das ist euer Motto. Alles klar. Alles klar. Ei, 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 ei. Wo ist das dein Ding? Ja. Finde ich auch. Also... Ja, gut. Machst du alle kalt. Da werden jetzt noch die... Sind das zu wenig Punkte? I don't know. Die Autos rausgesucht. Also du kannst als Bus halt auch echt viele Punkte machen. Wir können es ja probieren. Also ich finde 15 halt schon viel. Also ich glaube, hier auf der Strecke wird nicht viel überleben. 15 ist viel. Auf dieser Strecke... Ich bin jedes Mal im falschen Team. Jedes Mal. Ja, das könnte übel werden. Ja, wenn Sepp das neu ausfällt. Ich bin automatisch Team Gelb. Peter. Es war... Es war aus Versehen. Ich bin aus Versehen... Ich bin aus Versehen... ...gerutscht. Es war ein kleines Upsi schon wieder. Es geht mit den Bremsen manchmal. Ich habe noch die falschen Reifen drauf und dann... Verstehe. Aber du tust das jetzt demnächst nicht mehr Leute zu rammen. Ne? Hab ich gehört. Ja, ja, genau. Ich habe schon die neuen Reifen drauf. Dann passt das. Ja, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Cool. Liebe Grüße. Hier ist Team Rot. Hey. Hallo. Ihr habt auch schon einen Schlachtruf. Rot oder Kot ist der Schlachtruf bei uns im Chat. Weiß ich nicht. Dann nehme ich Rot. Oh Gott. Und Peter, es wird doch nochmal gebeten, die Runde 5 jetzt anzuzeigen. Ach komm Leute. Also doch so wie du es gemacht hattest. Peter, der Chat. Die Allgemeinheit wünscht sich das mehr. Aber du machst das großartig. Also hier Peter loben, kann man auch einfach mal machen. Haben wir denn viel übersprungen? Hä? Oh, Team Rot ist Kot? Nee, das ist es nicht. Das war nicht der Schlachtruf. Team Rot für den Tod. Was? Team Rot backt Brot. Ja, das finde ich gut. Team Rot bis zum Tod finde ich auch ganz okay eigentlich. Ja. Ja. Oder das mit dem Brot. Fand ich gut. Ja, wir können auch mal bereit machen und dann geht es direkt weiter in die nächste Runde. Zack. Aber ihr seid ja immer noch ganz gut dabei. Habt ihr nochmal was an der Taktik gegendet jetzt so? Dass ihr hardcore gepunktet habt? Eigentlich nicht, ne? Ihr seid einfach krass. Krass. Ja. So, ich weiß schon warum Peter so begeistert war von seinem Team, ja? Sieht ganz gut aus bisher für euch. Ja, weil alle geil sind. Peter selbst mit Handicap. Delivert heute hier. Lennart, machen wir bereit hier, dann geht es weiter. Ja, ja, ja. Ich muss noch checken. Sorry. So. Oh, Mann. Kann ich rechts? Kann ich rechts? Ja. Nächstes Ding. Ich glaube Dalu hat noch nie nen Start gehabt vorher. Oh, blau ist aber auch lackermäßig vom Start her. Also ich häng die Runde erstmal wieder. Ich bin letzte Reihe mit zwei Bussen. Ich steh noch. Ich fahr jetzt los. Dann ist ne Map. Ja, ich setz nochmal nach, damit er nicht gesetzt kann. Oh, warte mal. Jetzt hat er nochmal fünf Minuten in dieser Runde. So. Das ist ne Map. Da werden, glaube ich, wieder nicht viele überleben. Wir müssen poschen. Hier wird ein Bus, glaube ich, schon relevant sein. Ich bin so weit hinten, ich steh hier gerade. Wenn die Strecke ist eng. Ja, ich bin Elfter. Die Strecke ist kurz. Hinter dir noch. Und. Busse können hier nen richtigen, richtigen Impact haben. Die Strecke ist super. Weil guckt euch das an. Der Bus hat aber auch ne gute Lenkung. Also. Ich hab einige Plätze gut gemacht. Sehr gut. Kevin fährt rückwärts. Kevin fährt rückwärts. Okay, gern. Mal bei Team Grün rein. Danke, Bro. Sehr nett. Easy als Drinner hier rausgekommen ist. Muss man mal Trilux da wegkriegen. Team Blau und Team Grün hier sehr kompakt aufeinander. Oh, Bram. Ach komm, fick dich. Oh, oh, hallo. Oh, oh, hallo. Ah, nein. Ei, 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 ei. Oh, sorry, sorry, Chris. Da konntest du nicht sehen. Team Blau und Team Grün sind da gut am Start. Aber Team Rot wurde hier Hardcore. Ich mach mal zu, ne? Hardcore aufgehalten von Sturmy. Oh Gott. Oh Gott. Ui, ui, ui. Wer war das denn? Du Linn? Autsch. Ah, du checkt halt einfach nicht, dass wenn er mit mir stehen bleibt, er vier Plätze verliert. Oh mein Gott. Alter. Was ist denn hier wieder los? Ei, 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 ei. Ne. Oh Gott. Also natürlich, Team Rot führt hier Hardcore. Ui. Leicht angetitscht, aber Sturmy, Sturmy erwischt die aber auch alle hier. Oh, schön schön. Paul hat mal erstmal Bram richtig gebumst. Ja, wir sind grad nicht so weit vorne. Autsch. Lara ist schon tot. Ja, damn. Lara ist schon raus. Ich werd die ganze Zeit gedreht, alter. Bro, come on. Autsch. Peter hat auch nochmal gut Schaden gekriegt. Mal gucken, wie viele Leute hier noch ausscheiden werden. Immer zu Team Blau. Eieieieieiei. Oh Sturmy, 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 Sturmy. Oh, nett. Das hätte noch Peter richtig Hardcore erwischt können. Das ist so ne harte Busrunde. Aber da vorne ist Paul. Autsch. Jeder Bus hat mich mitgenommen. Toni hat's leider nicht gut erwischt da. Lass es, Peter. Lass es. Ey, lass es. Aber Toni hat Jen mal getroffen. Peter ist aktuell auf dem ersten Platz. Boah, Toni. Das war knapp. Aber jetzt ist Chrissy auf dem ersten Platz. Was geht denn da vorne ab? Nicht, dass ich überlebe. Was geht denn da vorne ab? Wo bist du, Bram? Also die Busse, die nehmen da halt alles auseinander. Wie viele Kinder als auch fassen sind, Leute? Jeder einzelne Bus. Ich zieh die auch gerade magnetisch an. Das ist krass. Eieieieiei. Nancy ist aber auch schon geübt, ey. Die nimmt hier Anlauf, aber da kommen ihre Teammates. Ich bin gleich down. Oh, da kommt Paul. Ja, wir sollten uns auch wählen, auf engen Maps vielleicht mehr Busse zu fahren. Ja, das wäre taktisch gut gewesen. Aber ich weiß nicht. Peter ist dead. Peter ist dead. Damit hat Chrissy... Sein erstes Match gewonnen, oder? Team Gelb hier. Jetzt ist es zu spät. Richtig gute Punkte für Team Gelb. Ich bin auch gleich dead. Team Rot hat trotzdem noch 68 Punkte. Bin ich hier durch? Bram, ey. Bram hat den fünften Platz noch nach Hause gebracht. Wichtige Punkte. Naja, es ist ein Pech haben, ne? Es ist halt auch... Sturmmi rammt hier noch alles weg. Es ist halt auch so. Gehen wir mal zu Team Gelb. Oh, na hat ganz wenig. Ist gerade an der Ziel. Er ist die Platz hier. Vielleicht geht da noch was. Nee, der wird noch direkt von Sturmmas. Team Gelb kann noch punkten. Also sie machen gerade noch gut Punkte. 61 Punkte gerade, Leute. Sturmmi hat nicht mehr so viel. Oh, Fischi. Fischi der erste Sturmmi vielleicht holen. Trotzdem habe ich nur 70. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Oh, den zieht. Oh, scheiße. Du hast 36. Hast du groß gerammt. Krass. Nee, ich bin nur Erster durchs Ziel. Oh, oh. Blau und Grün noch ganz knapp. Also durch gutes Fahren kriegst du 36 Punkte quasi. Blau und Grün noch ganz knapp. Ein Punkt noch. Nimm mal vorne. Das ist definitiv gut. Weil ich habe, wie gesagt... Ah, jetzt habe ich 22. Ich habe plötzlich noch Punkte gekriegt. Aber Team Rot. Wahrscheinlich Kill Assists oder sowas. Ah. 66. Ja, zweiter Platz. Zweiter. Zweiter. Er steigert sich. Wir berappeln uns. Wir berappeln uns. Wir fänden mal die Taktik. Stark. Zweibusse Taktik hilft, ja. Ja. Wir haben zwar nicht viele Punkte gemacht, aber dafür konnten wir richtig gut aufhalten. Ja, konstante Punkte sind wichtig. Das stimmt. Wollen wir das nochmal machen? Ja. Ja, fühle ich. Also ich finde es gut. Richtig. Dann ist gut. Sepp ist ja gerade mal hier. Sepp, wie sieht es eigentlich mal aus mit einer Pipi-Pause? Nancy. Ja. Nach dieser Runde wird es mal eine Pipi-Pause geben. Ist das okay für dich? Schaffst du das noch? Oder? Ja, passt. Passt. Okay. Ja. Nee, alles gut. Aber Glückwunsch zum zweiten Platz hier. Mensch, ihr steigert euch. Wir berappeln uns. Wir haben richtig mitgefiebert. Endlich. Und Horsey, GZ für den ersten Platz hier. Das waren wichtige Punkte. Ja. Safe. Nice, nice, nice. War eine gute Arbeit. Mit ABS und ESP, da reiß ich alles. Na guck mal, du hast da noch Special-Einstellungen. Find ich gut. So. Nächstes Rennen und Nancy danach gibt es Interviews, beziehungsweise kannst du auch gerne eine Pipi-Pause machen. Okay. So. Okay, also ich habe jetzt rausgefunden, die Federung 1 neben Standard ist auf allen Oberflächen wahrscheinlich die beste in dem Augenblick. Genau. Also zwischen Standard und Hart. Hart. Es sei denn, wir gehen ganz auf eine harte Strecke, ne? Team Rot, das Team war extrem. Das hier ist eine harte Strecke jetzt aber. Ja, das ist wirklich so. Ich bleib trotzdem da, weil man dann sich noch ein bisschen schaukelt in die Kurve abhalten. Also wirklich, Dankeschön für die Subs, Dankeschön für die verschenkten Subs. Da kamen vorhin auch einige rein. Danke, danke, danke. Grün 14. Ich muss mal kurz zu Peter gehen. Ich glaube, da ist ein Fehler unterlaufen. Aber klären wir. Sebastian, können wir dir helfen? Peter, ich habe gehört, dass Team Grün noch ein Pünktchen mehr bräuchte. Kann das sein? Kann das sein? Moment, muss ich mal kurz gucken. Ich weiß, Peter, bist ein letzter geworden, aber kriegen wir trotzdem einen Punkt? Ja, warte mal. Ja. Hast du Team Blau, Bram? Nee. Warte, warte, warte. Warte, warte. Jetzt da 11. Warte mal, ihr hattet keinen Punkt, Bram? Ihr habt keinen Punkt. Doch, ich habe doch schon. Doch, vorher hattet ihr 10. Jetzt habt ihr 11. Geht mal wieder rein. Das klären wir gleich. Oh, Dalo, wir sind 1-2. Let's go. Kann ich links? Kann ich links? Warte mal, wir sind nicht im Game. Okay, okay, Leonard. Wie fahren wir das hier? Ich block die erstmal. Fahr du durch. Ja. Da war gerade ein bisschen stressig, aber das wird alles. Das klären wir gleich. Ich fahr die alle zum ersten Mal. Das klären wir gleich. Du bist geil durchgekommen. Ja, das war nicht schlecht. Hier geht was in der Kurve. Oh. Wie sieht wild aus, oder? Das ist was du? So, Dalo ist gerade erst da. Ich brems das Bild rein. Richtig gut gestartet. Ja, sind wir weg. Ich werd genommen. Nee, ich hab's gedotscht. Ich werd genommen. Ich glaub, Trainings will gerne genommen werden. Aber Dalo macht das gut. Äh, ich... So. Ich glaube, passt keiner. Uiuiuiuiuiui. Da nimmt doch ein Wilde. Wenn keiner rückwärts fährt, wäre das krass. Ich halte mich dann rechts jetzt. Wenn ihr alle vorne seid, halte ich mich rechts. Der erste Bus. Bis ihr vorbei seid. Dalo... Trails vorbei. Und jetzt Zugriff. Wann ist gerade... Jetzt Zugriff? Und da komm ein Bug. Hat Lara richtig gegeben? Ja, eigentlich auch! Let's go! Ok, eins, zwei und vier kommen wir über die... Und Kevin das tat weh. Eins, zwei und vier. Wichtig, Kevin, jeder Runde auf einmal... ...zurammen. Ist hier zwischen Team Rot? Das könnte ja die eklige. Äh, das könnte interessant werden. Ich geh mal zu Team Grün. Die arme Jack... Uuu, Dalo ist an den Fraggeln! Jeder hat rum über die Ecke gefahren, der hat so ein Wachbeschiff. Und ich bin mega am Spurgelen. Autsch! Wir rollen gerade, das fällt von hinten auf. Autsch! Oh mein Gott. Gibt ihr den Bussen noch ein bisschen? Also ist gut, dass wir nicht ganz vorne sind, Chris, weil jetzt können wir uns ein bisschen auf die Busse einstellen. Sehr gut platziert gewesen, aber Toni kommt hier wieder mit dem Bus und bannert hier nochmal gegen Team Gelb. Mal gucken, was Team Gelb so sagt. Die beiden haben wir mitgenommen. Team Rot führt aktuell mit 25 Punkten. Darf ich mal haben, ich muss zusehen, dass ich das Ding irgendwie noch vernünftig übers Ziel fliege. Oh, Stau! Lara hat nicht mehr viel Leben, Lara hat nicht mehr viel Leben. Ah, Lara hat nicht mehr viel Leben, das ist los. Triluxer auf dem ersten Platz gerade. Oh Gott! Corsi ist am Start. Mist! Ich krieg einfach die zwei nicht, das ist echt ärgerlich. Mein Motor ist kaputt. Scheiße! Sehr low. Ich wollte den blauen Rahmen und hab dann verliebt. Sascha hat auch herrlich kassiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, ich hab Lara nicht getroffen. Dalu hat Angst, Dalu hat Angst. Gott, Sturmi hat einfach Toni weggeballert. Ich hab alles festgehalten jetzt hier. Gegen Bus kann man sich trauen, tut aber weh. So, ich bin an Dalu vorbei. Lara, du geht hier mit ihrem Leben noch rum. Nein! Papa Platt ist auch richtig low. Wow! Der Diss gegen Power Platt, aber... Ich bin gleich tot. Kacke, kacke, kacke. Aber 21 haben wir schon. Oh, dieser Überschlag. Team Rot hat schon wieder 49. In Grün. Das macht überhaupt keinen Sinn. In welcher Welt macht das Sinn? Kevin, was ist da los? Was? Was war das für ein krasser Überschlag? Also... Der Sascha, dem geht's auch nicht gut. Da kommt Antonia. Sag ich mal so. Ich hasse Busse. Christian hasst Busse. Ich war dritter, verdammte Scheiße. Kann ich verstehen. Christian hat aber noch sehr viel Leben. Also, da geht noch was, glaube ich. Da geht noch was. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Eieieieiei. Vorher in die Wand gesetzt auch noch, verdammt nochmal. Blau hat Gelb geholt, schade. Also 76 Punkte. Ja, Gelbe Busse ist low. Ui, Dalu wurde aber auch... Äh, der Erste. Was ist denn hier los? Wir haben zwei Busse. Der Gelbe. Hab einen demoliert. Dalu wurde auch richtig weggeballert. Eieieieieiei. Aber Nancy. Peter will, glaube ich, Nancy haben. Wir gehen mal zu Team Blau. Ich dachte, du fährst auch einen, dass er sich die Punkte gekriegt für Nancy. Gerade so ein bisschen hinten umgecheckt. Fischi hat noch richtig viel Leben. Und holt sich den Kill. Das waren wichtige Punkte. Noch einen demoliert, Leute. Und musste ich noch? Ich weiß nicht. Fischi hat Jen gekillt. Wie sie einfach alle in mich reinfahren, ey. Sie wollen gar nicht mehr ins Ziel kommen. Fischi und vor allem Niklas hat nicht mehr so viel... Ohhh hohoho! Lendor Trelux! Das fängt! Paul, der ist auch fast tot. Was war da los? Was war da los bei Daluand dree? Es gibt Probleme. Lender, du bist nicht tot! Trelux bleibt einfach liegen. from the auto, da ist tsch! He spielt einfach...tot... Alter Vater... Lender, da ist doch alles drinnen. Christian hier auf dem vierten Platz, wird blockiert, nein und verliert deshalb den vierten Platz, wird blockiert von der Leiche. Ja, und Lara ist vielleicht knapp, ihr habt ungefähr gleich viel Abwehr, ihr seid ein bisschen mehr. Bitter, das wäre ein wichtiger Punkt gewesen. Ich gehe für das Draw. Aber, Rune und Gabe sind richtig nah beieinander. Oh, Trill holt sich noch den Kill. Ja, nice, stark, sehr stark. Halleluja, einfach smart. Ich habe gar nichts abgezogen bekommen, kann das sein? Einfach smart. Er ist auch schon alles weg. Eieieieiei. Das ist noch nicht die Ziellinie, du Trollo. Ich wollte drehen. Krass. Trillux konnte doch noch fahren. Das gibt es noch nicht, Team World hat wieder gewonnen. Wir müssen das mit den Punkten gleich nochmal klären. Das Krasseste, eigentlich musst du als Bus gar keine Punkte holen, sondern nur die anderen davon abhalten, Punkte zu holen. Da bin ich sehr dankbar dafür, wenn ihr nochmal kurz mit dem Peter wischtet. 113 Punkte ist super stark. Ähm. Super stark. Während wir jetzt eine kleine Pause machen. Oder drittemal, ich weiß nicht. Vierstellig ist das nächste Ziel. Fünf von sechs Sieger, Weltklasse bisher eigentlich. Ist sie die Reihenfolge der Team? Rot ist wirklich, wirklich stark. 21 Punkte ist schon heftig nach Halbzeit. Okay, warte. Sebastian, bist du gerade bei mir? Ja, du bist gerade hier. Ich bin bei dir, Peter. Ja, ich bin immer bei dir. Ich hänge dir am Rockzipfel. Der ist gerade gegangen. Wieso ist Peter weggegangen? Ey, komm mal hoch in Lobby. Achso. Jojojojojojojojo. Peter. Okay, ich hatte gerade Grün gefixt, weil die hatten wirklich einen zu wenig, wenn ich das richtig gesehen habe. Nicht so wie, aber Bram dachte Blau. Blau ist eigentlich alles richtig. Äh, hatte ich mich auch gewundert, weil ich hatte nur gelesen, dass Grün einen Punkt zu wenig hatte. Äh, ja. Also Blau stimmt, Blau passt. Und dann, äh, die Punkte sind jetzt. Ja, ich wollte das Grün gerade verbessern, dann kommt Bram rein und hört mich ja voll raus. Ich weiß auch nicht, warum hat der denn? Jetzt habe ich aber die Punkte von der letzten Runde nicht gesehen. Ähm, die Punkte von der letzten Runde. Also, die Ergebnisse oder was? Ja, die Punkte Best Case sogar. Ich notiere mir ja auch die Punkte. Achso. Ich weiß, dass wir 113 hatten, das hat mir mein Team gesagt, aber ich weiß nicht, wie viel die anderen hatten. Okay, Chet. Kriegen wir es zusammen. 113 bei Team Rot. Ähm. Zzzzz. Zzzzzz. D-d-d-d-d-d. Grün 63. Warte mal, grün 63, 62. Okay. Wir brauchen den Clip von den Mods, glaube ich. wir brauchen den Clip. Ja, ich glaube das. Ich hab gehofft, dass wir sehr einstimmig sind. Aber ... Das ging so schnell vorbei. Das war nicht optimal, sag ich mal. So. Ähm ... Und liebe Mods, tut mir leid, Happy, ich hab deine Nachricht vorhin noch nicht gesehen. So, dankeschön für den Clip hier. Ähm ... Wir haben ... Ah ja, das ist die richtige Runde. Perfekt. Ja, ich seh's auch. Dankeschön. Blau hat 44. Perfekt. Dann würd ich mal eben Interview machen. Jo, jo, jo. Wenn du das fixst. Dankeschön, Peter. Team Blau. Gelb ist übrigens mit zwei Bussen hier. Hallo. Das ist die andere für euch. Ach so. Wie geht's so mit eurer ... Eurer Platzierung? Ich will mich beschweren. Ich will mich ja mal beschweren. Ähm ... Mit den Bussen, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ... Aber Niklas, du spielst ja sonst auch immer im Bus. Was soll los? Aber heute ... Heute ... Irgendwie ... Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie die ... Also Reefed. Besonders Reefed. Ja. Sollte, finde ich, ein paar Minuspunkte bekommen für die Aktion gerade. Die hat letztes Mal aber auch schon den Bus gemastert. Und ist jetzt halt richtig, richtig gut, ne? Das stimmt gar nicht. Also ... Letztes Mal war sie in meinem Team und sie ist gut gefahren. Ohne Bus, glaub ich. Echt? Hatte die nicht da auch schon voll viele? Ne, das war Nancy. Das war Nancy, die wir letztes Mal gehasst haben so doll. Ah, okay. Ja gut, vielleicht kriegt ihr das ja noch ... Ja, Bus. Oh oh. Bus. Oh. Ich nehm auch den Bus. Ich bin nie Bus übrigens. Ich bin kein Busmann. All in. Mach mal Team erst und dann ... Aber läuft bei euch hoffentlich dann jetzt langsam an, wenn ihr jetzt schon eine gute Taktik für die Strecke vielleicht habt. Bin ich sehr gespannt auf eure Leistung. Also viel Erfolg gleich. Trainer, Trainer, wir machen das. Also hier nehmen so mehr Leute einen Bus wahrscheinlich als nur ... Die hab ich letztes Mal nicht lange überlebt. Ja genau, das meine ich nämlich. Ich seh fünf Busse in der Lobby. Es scheinen sich hier doch ein paar Leute das Auto zu wechseln. Interessant. Für euch sieht es ja sehr gut aus. Fünf von sechs, also Weltklasse Niveau. Wollen wir es probieren nur Busse zu nehmen? Wir haben gerade Pipi-Pause, ja. Chat, wir haben Pipi-Pause. Boah. Wir haben doch Pipi-Pause. Aber wenn so viele Leute einen Bus nehmen, wirst du als normales Auto gar nicht mehr durchkommen. Ja, aber das passiert ja jetzt eh schon. Das heißt, sinnvoll wäre jetzt zu sagen, okay, dann spielen wir halt mit, dann nehmen wir auch einen Bus. Ich muss das auf jeden Fall noch lackieren. War nicht alle Busse, oder? Ich glaub nicht, dass du durchfahren wirst. Guck mal, wie viele Busse mitspielen. Wenn du jetzt Auto fährst, bist du einfach sterben. Das hatten wir nämlich letztes Mal, da sind dann nach Runde zwei oder so nur noch Busse gefahren. Okay. Aber ihr könnt euch das ja theoretisch erlauben, alle mit dem Rasenmäher zu fahren, denn ihr habt so ein gutes Punktepolster. Also... Ja, okay, aber man darf ja jetzt hier nicht hochnässt werden. Ja, wir wollen ja nichts verschenken. Was denn das für ein Quatsch? Okay. Also, ihr bleibt weiter auf Gewinnerkurs. Mal gucken, wie das später aussehen wird. Team Blau hat sich zumindest gewappnet für diese Runde. Und ja, ich drück euch die Daumen, dass ihr schön überlebt. Bis gleich. Danke. Team Gelb! Hallo! Hallo! Moin! Also, da wird doch jetzt was. Ihr seid an Team Blau dran. Ein Punkt trennt euch noch. Okay, dann müssen wir einfach... Also, ihr habt jetzt 11 Punkte Team Blau 12. Da geht was. Habt ihr euch schon entschieden für eine Taktik auf dieser Map? Ja, so wie wir sehen, fahren alle Bus. Echt? Ja, guck mal mal. Horsey und Sascha habe ich, sehe ich noch nicht mit dem Bus. Ja. Nee, also alle anderen fahren Bus. Ach so. Ja, also vielleicht. Also, der ein oder andere ist ja neu hier. Ähm, letztes Mal wurde die Map gefahren und es haben nur Busse überlebt. So als kleiner... Ach, was? Als kleine Gedankenstütze. Ah, ah, ich verstehe. Weil alle Leute direkt nach zwei Runden tot waren. Ich nehme dann mal den Bus, hab ich gehört. Da muss ja auch ein bisschen fair sein. Ja. Wir haben ja auch Neueinsteiger hier und in dem Team haben wir leider keinen Coach von Team PietSmiet. Ähm... Okay. Da versuche ich hier auch ein bisschen fair zu bleiben. Aber ich drücke euch die Daumen. Recht herzlich. Ihr macht das schon und äh... Gutes Racken. Bis gleich. Danke. Team Grün, wie sieht's aus bei euch? Läuft, oder? Von mir aus können wir starten. Wir haben gar keinen Nerv mehr auf dich. Warum? Ja. Hey, ihr seid voll gut am Start. Äh, ja. Uns geht's voll gut. Ja. Ihr seid auf dem zweiten Platz. Ihr führt aktuell... Ähm... Ja, also Team Rot ist schon krass. Was führen wir auf dem zweiten Platz? Ja, also ich weiß... Also Team Rot scheint wohl in einer anderen Liga gerade zu spielen. Muss das jetzt sein? Oder aber... Ihr müsst euch einfach mal mit den anderen verbünden gegen Team Rot. Also wenn ich da manche Aktionen... Was? Ist das jetzt hier Brexit-Gaming? Nee. Also ich glaube einfach, wir sollten mal im Chat abstimmen lassen, ob Dalu eine Runde aussetzt. Das ist aber nur die Idee von mir jetzt. Also so viel wie Dalu und Kotzin ist glaube ich nicht, dass Dalu den Unterschied macht. Dalu macht nicht den Unterschied. Okay, okay. Naja. Naja. Ey, aber wird schon. Mach mal Slash Vault Kick einfach. Äh, wir machen mal langsam hier den Start-Knopf rein. Ich denke hier, hier können wir langsam mal starten. Alle sind von ihrer... Jeder nicht bereit. Darf ich ihn kicken? Ja, okay. Hey Christian. Du mit deinen Admin Rechten machst. Kann ich... Ich kann Peter sogar kicken als Admin. Hä? Da geht was. Aber... Ihr seid ja noch ganz gut dabei. Was ist eure Taktik jetzt hier auf der Map? Wir spielen zwei Busse und zwei Autos. Mhm. Äh, ja. Und ab erster Runde drehen wir um mit den Bussen und machen Damage und die anderen zwei versuchen sich durchzuschlängeln mit den Autos. Das ist die Strap. Okay. Es wird schon echt crazy, wenn ich sehe wie viele Busse hier am Start sind. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Ähm, ja. Ihr überlebt das schon. Natürlich. Das hat sich nicht so überzeugt angehört, Brody, sag ich dir ganz ehrlich. Aber danke trotzdem. Beim letzten Mal, als wir die Strecke gespielt haben, haben zwei Busse überlebt. Mhm. Curly. Und alle Autos waren nach der ersten Runde tot. Ähm. Okay, cool. Fresh. Ja, super. Wird gut. Also... Nur das als kleine Gedankenstütze. Aber ich drücke euch die Daumen, wenn das natürlich klappt. Insane. Viel Erfolg. 3, 2, 1. Natürlich. Ja, ich bin genau in der Mitte. Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist die beste Stadt, den ich meinte. Ach du Scheiße. Hoffen wir mal. Ja, guck mal, die fahren. Nice, die fahren. So. Nur Nancy hat das noch nicht. Stopp kassiert erstmal. Tschüss. Nice. Soll nicht durch den Feuerring. Oh shit. Soll mal Nancy hier kurz ein bisschen beiseite. Nicht durch den Feuerring, habe ich gehört. Nein, jetzt sag nicht Nancy ist noch nicht da. Ja, als erster ist das kein Ding, aber wenn du jetzt gleich nochmal da durchfährst, kommen dir halt Leute hin. Ich bin durch den Feuerring durch. Muss man links oder rechts lang? Ist egal. Oh, ich hab gut Damage gemacht. So. Oh, der alte Blau ist fast da. Oh, da kommen aber schon die Busse. Alter, ich bin dritter mit dem Scheiß. Alter, die Leute ist ja grauenhaft. Da habe ich aber ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, weil wir die Zehn umwechselt haben. Das ist ja riskant. Ich bin hinter Dalu. Ich bin Zweiter. Ich bin zweiter. Rot wird schon wieder erster nach der ersten Runde. Das kann doch nicht. Das gibt es wirklich nicht. Rot ist nicht erster nach der ersten Runde. Alter, ist es immer nur so hin und her oder wie? Ich komme euch jetzt entgegen. Ich komme mir und Dalu entgegen. Ich bin grün und gelb führen aktuell. Oh, ich hab die stärkere Busse. Jen fährt da. Fischi. Oh, stop. Nice. Oh, schön. Ich habe ein bisschen Damage gemacht. Fährt Fischi falsch rum oder fährt die richtig? Oh, nee. Da muss man ja gar nicht lang. Oh Gott. Boah, ich traf die Strecke noch nicht. Uff, Jäger. Ich war im Sandwich. Eieiei. Eieiei. Gehen wir mal Team Blau. Ich glaube, Fischi wird gleich den Löffel abgeben. Ist so eine kleine Familie von mir. Nein! Position 2 gekriegt, aber... Oh, fuck my life. Ja, toll. Ich bin dead. Ich werde auf jeden Fall aussterben. Die Diva. Ja, sorry Leute, wir hätten tatsächlich Bus nehmen sollen. Die Diva. Schreibt mich bitte nicht ab. Interessant. Wie schnell ich wieder raus war auch. Also, war Team Blau nicht auf dem Call? Wir fahren alle Bus, als ich noch bei denen war. Scheinen da ihre Taktik doch gerne zu haben. Oh, der hat einschlecht, ne? Kevin hat nichts mehr. Kevin hat noch 5 Leben. Uff. Und nur wenn du einen wegsnacken kannst am Ende. Uiuiuiuiui. Ja, fahr auf unten macht Sinn, ne? Ja. Also, Kevin. Oh, ich bin in so einem Glas. Und Dalu, der schlägt sich gerade auf. Einfach immer nur im Kreis einmal durch. Also, wenn... Da einfach nichts. Scheißegal. Aber so jemand mitnehmen kannst du jetzt, äh, wie so ein Bus. Ja, dann gönn dir. Oh, Gen auch. Oh, da hat er Sturmy mitgenommen. Au, aua, 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 aua. Oh, Kevin ist auch so gut wie tot. Oh, Kevin ist auch so gut wie tot. Komm, wir können Kevin holen, wir können Kevin holen. Ey, ich weiß nicht nur an der Plattform. Äh, ich bin hinter ihm. Peter ist weiter aktuell. Der ist so tot. Jeder, der ist so nicht wert. Oh, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Jetzt ist er tot. Uiuiui. Wird aber von hinten angegangen. Und könnte jetzt fies auf die Seite fallen. Ich werd gedreht. Und gedreht ist tot. Gen auch super tot. Aber. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin noch Platz 4. Ich kann eigentlich auch, glaub ich, noch ganz okay Punkte holen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt Platz 5. Jetzt sind auch noch ein paar Runden. Gehen wir mal zu Team Gelb. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Paul. Ich hab Gen demoliert. Jawohl. Jawohl, ja. Also Busse sind wir eindeutig. Geld ist insane. Und ich bin einfach Platz 1. Was? Ich hab Lara, ich bin jetzt demoliert, Freunde. Aber ich hab drei oder vier Leute. Viele, viele Take Downs hier. Nein, nein, nein. Es sind noch 6 Leute am Leben. So lange gut gegangen. Uiuiui. Und Team Gelb. Ihr habt noch ultra viel Leben. Da könnt ihr noch was reißen. Kommt sich in die Quere. Einfach drauf. Ist aber auch fast tot. Oh, oh. Peda ist am Start. Die hat das verdient, ey. So oft die uns rausschmeißt. Also gegen Toni. Der Hass ist schon da, würde ich sagen. Der Hass ist da, aber nicht. Sie holt sich hier. Was hatten die da für'n Bus? Ist das ein Turbobus oder was? Das ist doch was faules. Oh, Christian. Ich kann eine freie Perspektive wählen. Uiuiui. Ich komm in der Mitte. Vorsicht. Uiui. Das war grad so wohl. Scheiss, ich hab ja nur noch 16. Halleluja. Oh nein, ich hab Peda verfehlt. Da ist nicht mehr viel übrig. Guck mal grad von oben. Oh, jetzt wird Toni gesandwiched hier. Ich fährt gerade daran, wo du langfährst. Äh, der nächste von uns... Ist er tot? Kill, 101 Punkte für Kill. Ah, sehr gut. Nancy, fahr... Holy shit. Team Gap ist richtig am Deliveren. Peda ist noch da. Gehen wir mal zu Ciro. Du überleg's zu lang. Nancy... Muss nur durchfahren, Peda. Das ist nur... Grün ist auch super, super, super low. Aber... Und das war's. Okay, wenn Christian jetzt nicht stirbt, dann hat er uns noch. Christian ist der Letzte... Also Paul oder so, wer auch immer jetzt ankommt, muss sich den Kill nehmen. Ist der Letzte... Nicht Gelbe. Da ist keiner mehr, ne? Christian, was ist da los? Christian täuscht an. Das könnte übel werden. Doch, 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 Paul macht's. Oh, sie haben sich gegenseitig demoliert. Paul hat uns gerettet. Nice. Den ersten hatten sie eh schon. Und dank Paul kann Grün uns nicht mehr einholen. Und Rot snackt sich hier ab. Sammy, ich lass dich mal eben raus. Wir gucken aber noch jemandem zu, der fährt. Das war ne... War nix für uns, oder? Wir sind Zweiter. Wir sind Zweiter. Echt? Ja. Ja, geil. Und damit, äh... Hat Rot trotzdem noch gut Punkte geholt, weil... Team Gelb da einfach, äh... Team Grün weggemacht hat. Team Gelb hat das gerockt? Das hat geholfen. Ja, ja. Aber geh mal zu Team Gelb, die noch fahren. Es gibt beim Zuschauen die Freecam, da kann ich von oben auf die gesamte Map gucken. Und sehen, wo es gleiche stehen. Ja, sauber. So, jetzt holt noch die... Sehr, sehr nice. Die Rundenzahl, bitte. Das wär... Ja, das schnappen wir. Aber Gelb hat übelst delivered. 136 Punkte. Aber das reicht. Ja, so lange... Ich hab noch 45. Alter, Nancy hat richtig gerankt. Ja, Nancy hat Punkte gemacht. Sehen wir gleich mal im, äh, absoluten Ranking. Ich sag ja, das ist einfach meine Strecke hier. Nancy hat gewonnen. 146 haben wir. Krass. Alter Schwede. Und Nancy hat 47 Punkte gemacht. Ja. 21. Sascha hat 54. So nämlich. So nämlich. So heavy. Sascha hat 54. Sascha hat 54 Punkte. Ja, Mann. Was ist das denn? Sogar ich hab 36 Punkte geholt, Alter. Ey, ich hab 47. Geil. Wir sollten immer Bus fahren. Wir sollten gar nichts anderes mehr machen. Ja. Mega gut. Aber das ist nur die Strecke, das ist die Strecke. Ja, Glückwunsch, Leute, ne? Ja, die Strecke spielt uns voll in die Tasche. Da muss man einfach mal Glückwunsch sagen. Also das war, das war richtig stark. Also wer hier Zerstörungsmeister ist, das haben wir ja klar ausgemacht. So sieht's aus. Ach du Scheiße. Ich muss gleich mal was trinken hier, glaub ich. Ja, das war super. Scheiße, ich hab nix zu trinken hier. Sehr zufrieden. Aber ich denk jetzt fahr ich wieder auf Sieg, oder? Give me a second. Ich bin sofort wieder da. Ich brauch mal irgendein besser Schellen. Ja, bei den Strecken, die jetzt kommen. Fahren wir nicht immer auf Sieg? Ja. Auf ersten Platz. Story. Jetzt fangen wir an mit auf Sieg. Jetzt fangen wir an. Der hat sich die Lackierung gemerkt. Geil. Und Team wechseln. Einfach mal den... Wir haben blau überholt. Wir haben blau überholt. Wir haben blau überholt. 16. Wie steht's? Aber werden eigentlich alle Punkte immer zusammengezählt? So klingen Sieger, Chat. So klingen Sieger, Chat. So klingen Sieger. Nee. Aber da hab ich ehrlich gesagt noch nicht durchgeblickt. Nee, nee. Nee, also pro Runde guckt wer halt vorne ist und der kriegt fünf Punkte und dann drei, zwei, eins. Das ist ja schade. Ja, das heißt, mit den 156 hätten wir jetzt richtig, richtig uns nach oben katapultieren können. Das fällt nicht ins Gewicht. Es geht nur darum, wer quasi am besten platziert ist. Also blau. Sehr, sehr schade. Aber gut, wir wissen, wir wären eigentlich Platz eins, wenn man richtig zählen würde insgesamt. Richtig. Ja, genau. Also zählt es doch nicht so richtig, wenn man jemand rauskickt oder wie? Ja doch, es gibt halt die Punkte, die dir dann ermöglichen, die beste Wertung für dieses Rennen zu bekommen. Also ich hab das mit der Punkteverteilung irgendwie nicht. Fünf Punkte für Sieg, drei für Zweiten, zwei für Dritten, einen für Letzten. Okay. Für die Gesamtwertung quasi. Ja. Wie viele Punkte das sind, pro Runde ist egal. Ja. Traurig, wenn wir zum Beispiel sowas wie eben 60 und 62 Punkte, wo wir eigentlich fast gleich gefahren sind sozusagen. Chris, Team Rot. Ist da noch was falsch eingestellt, Leute? Habt ihr da was entdeckt? Ja, ja, da müssen wir noch mal, da müssen wir noch mal reden. Das ist ja das Team Grün, alles gut. Hat er noch geändert. Ich check das nicht, egal. Rack einfach so viel wie möglich. Immer kaputt machen. Rack festhalten. Däuse Zeus für fünf verschenkte Community Subs. Dankeschön, Eri, geht raus. Das könnte nicht geklappt haben, weil das kommt vorher schon gemacht worden. So. 29 Punkte Team Rot. 19 Grün. 16 Gelb. Und 13 Blau. So wird's nie losgehen. Aber ich bin nicht, ich bin nicht Letzter. Alles klar. Fischi fehlt noch für bereit. So Moment, also. Wie lang geht's los? Nancy Schulbus? Ich hab Bus, ja. Ich hab auch Bus, ja. Dankeschön, Tripplings. Dankeschön auch für fünf Weitriff verschenkte Community Subs. Alter, ihr gönnt hier heute richtig. Das ist klar. Dankeschön. Klingt jedenfalls nach nem Plan. Mega geiles Event bisher. Ich bin an einer belasteten Stelle gestartet. Nee, ich bin mal direkt gegen Bonja und Dalu gefahren. Sehr nice. Ja, hab ich gesehen, fand ich auch gut. Okay, alle anderen sind... Unser Team ist schon durch. Das heißt, ich kann direkt in die Bremse gehen. Oi, oi, oi. Was geht denn hier? Sascha und ich sind... Halleluja. So, jetzt haben wir Trilux noch weg. Dalu kostet bestimmt das zu holen. Dalu ist ruhig. Was ist denn hier? Ah, das sollte ich hören. Die blocken einfach den Kurs. Man Team Gelb spielt hier mit allen Mitteln heute. Ist einer von euch bei Trilux auch ganz arm fest? Ich bin zwölfter. Ich bin zwölfter. Es liegt an dir. Wir sind raus. Tschüss. Ei, 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 ei. Trilux und Dalu sind weit abgeschlagen. Dritter ist durchs Ziel. Dara hat jetzt nen Bus. Sascha hat Fehler gemacht. Bram fährt als Bus seriös. Paul hat krassen Shit dabei. Oh, da ist die neue Taktik. Bram fährt sogar... Er will überleben auf der Strecke. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das war gut, das war gut, das war gut. Ei, 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 ei. Zwölf Punkte bei Team Grün. Wir haben relativ viel Damage für so früh. Ich halte mich rechts. Ich halte mich rechts. Ich halte mich rechts. Oh Scheiße! Ach, sorry. Egal, ich war doof. Warte mal, ich glaube da hat... Toni P da noch ein bisschen mitgenommen. Oh, ich bin direkt an meinen Mann. Oh, bist du dabei? Ja, ich hab's dodge. Bram fährt nicht mehr legit. Okay. Bram fährt jetzt auch gegen den Strich. Gucken wir mal, was wir brauchen. Ich halte mich links. Und jetzt nimm alle anderen mit. Oder block hier oder so. Wo Bram ja drin ist. Oh, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ja, sag einfach aus deiner Perspektive, wo du lang bist. Kevin blockiert einfach die gegnerischen Fahrer. Smart! Oh, der wurde richtig weggeballert. Der Sascha. Autsch! Die Nancy ist wieder im Bus unterwegs. Nach der letzten Strecke ist sie, glaube ich, wieder eingefahren, was den Bus angeht. Aber alle Leute täuschen an. Richtig fies. Ich bin 6er. Oh, Trilux wurde hier von Niklas richtig weggebracht. Da haben wir schon welche demoliert. Jawoll. Und Jen ist raus. Jen ist raus. Ein grüner Fahrer Weger. War Jen grün? Ja. Oh nein, 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 nein. Hier gibt's aber auch viele Busse. Alter Vater. Da wird mir auch ein bisschen der Stift gehen. Scheiß. Christian und Kevin fahren synchron hier. Ja. Du musst vorantizipieren. Alter, das ist nervig. Gehen wir mal zu Team Grün. Dallus auch kassiert. Dallus 1 AP. Vielleicht kannst du den hinten. Oh. Ja, kann ich. Nein! Er ist durchsichtig durchgefahren. Oh, halt's auch. Noch wegen der Robicard. Komm hier, du kriegst auch noch. Zart, Junge, weg mit dir. Gelb ist auch was down. Gelb ist auch was down. Oh nein, Christian. Jawoll. Kann jemand downholen, der stellt sich extra an die Seite gerade. Damit ihm nichts passiert, glaube ich. Team Grün gönnt sich hier die Punkte. 42 an der Seite. Fahr richtig rum. Fahr du weiter. Ich fahr weiter. Ich fahr weiter. Bei der Zweispurigen steht er. Bei der Zweispurigen. Die Punkte sind weg. What? Chat, das korrigieren wir gleich. Aber das ist gerade zu spannend einfach. Okay, wir haben ihn gecrashed. Okay, der Anno ist da. Kann hier richtig was reißen. Die hat auch noch was. Schön. Schön. Vielleicht kriegt Bram auch noch. Bram ist richtig Low HP. Ja. Bram ist wirklich Low HP. Aber Low HP Brammen. Low HP Baxter. Aber Bram. Christian. Genau in der Kurve. Gönnt sich nicht. Ach nein. Ach nein. Und das klingt als ob. Okay, ich fahr auch richtig rum. Kevin. Tony ist aber auch übel Low. Ja. Genauso wie Bram. Also Tony, Bram könnt ihr easy catchen. Ich glaub ich fahr richtig rum. Es gibt nicht mehr viele lebende. Acht Leute noch auf der Strecke. Alle anderen sind ausgeschmiert. Alle anderen sind ausgeschmiert. Hinter dir ist Bram Kevin. Die sind auch nicht das blühende Leben hier aktuell. Ich weiß gar nicht ob es smart ist richtig rumzufahren. Oh Nancy hat noch Christian gekriegt. Oh der Taffi. Also ich hab 13 Punkte als Bus gemacht. Oh das ist nicht gut. Richtig gut dabei. Übel schnell aus. Trillungs. Okay ich hab 13 HP. Frill einhit. Nancy einhit. Also Tony hat gar nichts mehr. Tony hat auch null. Also die hat wirklich null. Ich tue so als wenn ich nach links gehe. Genau nach rechts. Ah okay das hatten die. Okay. Okay das war nicht so gut. Aber. Kevin. Das kannst du machen. Tony versteckt sich. Er kann nicht jetzt killen. Tony versteckt sich. Ich glaub ich hab endlich noch geholt. 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 Da hab ich wenigstens noch jemand mitgenommen. Jetzt darf Lara kein mehr killen. Oder sonst wie was. Wer ist noch blau? Oh die blau holt noch. Lara ist die einzige die noch fährt. Lara hat noch was gemacht oder was? Lara hat irgendwie gekillt? Die fahren doch alle gar nicht mehr. Nooo. Ja. Ja. Doch. Toni ist noch gefahren. Lara hat's geholt. Uh. Let's go. Team Blau hat hier den zweiten Platz nicht gegönnt. Schließt damit wieder ein bisschen auf Punkte technisch. Und Team Rot. Die ja so stark sind. Die sind leider abgeschlagen. Auf dem letzten Platz. Ich geh mal kurz bei. Aber Team Rot ist letzter. Das ist gut. Peter mal wieder hin. Und versuch mal zu klären was mit den Punkten los ist. Gehört jetzt auch. Aber ich fix das. Rennen zwei von fünf. Jetzt sind es auch noch mehr Rennen. Ich weiß nicht warum Peter. Aber das Tool hat sich zurückgesetzt. Ich weiß es auch nicht. Aber ich fix das. Aber danke schön. Müssen wir Andi mal als Feedback noch mitnehmen. Immer hat sich da unser Punktesystem einmal komplett zurückgesetzt. Eieieieiei. Eieieiei. Also das war. Das war stark. Das war stark von. Den anderen Teams. Das war doch 8 von 12 gerade eigentlich oder? Team Rot war. Oder 9 von 12 schon. Eie 8 von 12 glaube ich. Team Rot war. Äh. Aua. Die wurden richtig herangenommen. Rot war Buffer Overflow. Und dankeschön nochmal fürs Posten von den Punkten. Äh. Ich würde sagen. Suchen wir mal eine weitere neue Strecke aus. Du hast doch 300 Stunden in dem Spiel oder nicht? Ich hab 10. Wenn überhaupt. Shit. Da du. Peter müsste hier der Profi sein. Ich glaube die. Die haben ein paar Leute die wissen wann ein Bus gut ist und wann nicht. Dafür haben wir Peter. Ja. Dafür müsste ich halt gucken. Da siehst du die Map. Das ist kein Bus oder? Das ist kein Bus oder? Das ist kein Bus. Das ist kein Bus. Also da kann ein Bus auch schon einen Effekt haben finde ich halt. Aber das ist halt jetzt nicht so wo alle Bus gehen sollten. Gute Frage Peter. Sollten hier jetzt alle Bus gehen oder nicht? Ja. Die engen Maps sind es nicht. Das werden wir sehen. Wenn das Liga Team fest steht. Ich glaube auf der Map sind Busse nicht so strong. Aber wenn ich mir die Liste angucke. Zwei. Vier. Sechs. Ob wir so weit vorne sind können wir uns auch irgendwann mal überlegen. Jedes Team hat mindestens zwei Bus-Anscheid oder was? Oder fährt hier ein Team Full Bus. Toni und Christian. Nein. Das ist ja so Team Rot. Ja warum wechseln jetzt alle auf? Das sind wieder zu viele Busse. So wie es mal wieder keine Hände gibt. Da schaffst du nichts mit den Punkten. Die Punkte funktionieren so. Das Gewinnerteam der Runde bekommt fünf Punkte. Nach dem Mario Kart Prinzip bekommen die einen Punkt quasi mehr. Statt vier. Fünf. Der zweite Platz bekommt drei Punkte. Der dritte Platz bekommt zwei Punkte und der letzte Platz bekommt einen Punkt. Und da Team Rot schon so krass delivered hat, sind die so ein bisschen weit vorne. Die haben sehr viele fünf Punkte gesammelt. Weil sie häufig die Matches gewonnen haben. Aber Team Grün und Gelb rappeln sich da langsam zusammen. Team Blau tut sich da noch ein bisschen schwer. Ja. So. Wollen wir doch mal gucken. Ähm. Wir haben noch nicht alle grün richtig. Oder? Doch. Vier Grüner. Vier Rote. Zwei. Vier Blaue. Und. Vier Grüner. Ich bin aber auch grün. Wenn mal irgendein Grüner fehlt. Fischi und Chris müssen das Team noch wechseln. Okay. Warte mal. Fischi ist gerade Team Blau. Das ist aber richtig. Und Christian ist Team Grün. Und das ist auch richtig. Okay. Das haben sie jetzt gerade dann gewechselt. Nice. Dann können wir ja starten. Let's go. In die nächste Runde. Jetzt sind auch alle auf Bus gewechselt. Nur noch Sturmwaffladen Auto. Alle auf Bus gewechselt? Horstie aber auch noch. Oh Horstie. Was ist denn hier los? Ist das jetzt so dieses. Oh shit. Der wird rausgekickt. Die anderen machen Bus. Jetzt gehen wir auch Bus. Und dann gehen die nächsten. Oh shit. Die anderen gehen Bus. Dann gehen wir auch Bus. Wow. Krass. Auf der Map hätte ich das nicht erwartet. Ich hatte glaube ich 40% direkt weg. Also das bringt wirklich nichts. Okay. Verrückt. Das könnte lustig werden Chad. Das könnte lustig werden Chad. Das könnte richtig lustig werden. Ich glaube aber. Ich muss normal fahren. Ja. Ich glaube aber. Das bringt halt am meisten. Wenn du es schaffst. Jemanden umzudrehen. Und den so vor dir her zu rollen. Ich glaube dann ist ein Bus ganz schnell tot. Ja genau. Du kannst als Bus auch schnell daumen gehen. Nur so im Hinterkopf für euch. Also weil ich bevor hast. Eine Busrunde zu machen. Dann fertig gegen die Unterseite. Dann bist du auch fast direkt weg. Ja genau. Sturmy. Sturmy wechselt nochmal den Wagen. Und Horstie. Ja. Er wird auch kein. Also auch mit dem Hammerhead. Aber Horstie bleibt glaube ich bei seinem Starbeast. Der hat schon bereit gedrückt. Sturmy könnte noch wechseln. Gehen wir mal zu Team Sturmy. Das ist Team Grün. Mhm. Ich habe den Hammerhead. Sturmy nimmt Hammerhead. Okay. Wie er hier sneakt. Interessant. Wir reden nix. Wir planen nicht. Aber ich muss doch den Feinden erzählen was eure Taktik ist. Ja. Setz dich hier so in die Mitte. Kann ich die Map eben wechseln ja oder? Ja. Na lieber nicht. Jetzt haben sich alle schon auf Bus eingestellt hier. Was ist eigentlich hier los Mensch. Let's go. Okay. Das wird ne wilde Runde. Der wird weg kommen. Ich weiß nicht. Ja das ist halt blöd. Ich bin der andere mit dem Auto. Ich komme dann nicht weg oder was. Ja Sturmy. Okay. Hättest ja auch keinen nehmen müssen. Lass dich bitte einmal gut fahren in diesem Game. Okay. Horsey ist abgeschlagen Erster. Weil. Er natürlich mit dem Auto viel schneller ist. Keiner ist von uns reingefahren. Aber was ist denn hier. Die fahren Cirrus Bus. Die sind auch so gut bei uns. Und Sturmy die arme Wurst ist. Und dieses kleine kleine Auto dazwischen. Das gelbe Auto zieht gerade richtig davon. Ja. Da kommen die Busse. Da kommen die Busse. Oh das kommen auch welche entgegen. Toni Alter. Lösch dich. Oh Toni. Da war die Brücke weg. So schlecht einfach. Jen auch. Versucht dir entgegen zu fahren. Aber es macht natürlich keinen Sinn gegen Busse. Also wir kriegen jetzt zumindest schon mal einen Punkt. Sagen wir mal wenn ihr Runde 2 habt oder so. Ja ich bin jetzt im Ziel. Jetzt ist es Runde 2. Das ist ja gute Arbeit Alter. Ich bin auch im Runde 2. Sehr gut. Das ist schon mal stark. Als dritter. Gehen wir mal zu Team Blau. Geil. Geil. Wir fahren weiter. Hoss Power fährt gerade richtig rum mit dem Auto. Stubi. Da geht es nicht rum. Stubi du musst schon auf der Strecke fahren sonst. Hoss Power müssen wir draus nehmen irgendwie am besten ne. Eieiei. Nancy Alter. Also wir sind jetzt bei Team Blau. Ja das war geil von mir. Trip Nancy. Sie. Wut Lara. Wut Lara. Hast du die Endroben? Ja. So hier haben wir. Dalu fährt den Berg hoch. Nein. Interessant. Oh Fischi ist umgefallen. Ne stehe ich auch mal wieder auf. Ei ei ei. Da muss ausgewichen werden. Aber Team Grün führt gerade. Einfach. Serious. Man muss fahren. Oh Tony hat richtig kassiert. Aua. Jen fährt in Team Grün. Ich fahr rückwärts. Fischi fahr mit mir rückwärts. Interessant. Wir sind zu weit hinten. Wir kriegen die nicht. Okay. Da wird Taktik gewechselt. Bei Team Blau. Zwei Katzen nur noch. Bei Team Blau. Fischi. Und Bram wollen drehen. Nancy fährt auch falsch rum. Dalu fährt jetzt auch falsch rum. Ganz neu für mich. Aber die hat nicht mehr so viel Leben. Dalu. Auch hier in die Zuschauer reingeballert. Heicher Post Power. Der ist versteppt. Oh das tut jetzt weh. Gehen wir mal zu Team Gelb. Leute ich hab nur noch 24 Leben. Ja. Da fahren jetzt natürlich einige falsch rum. Kommt der, der ja. Aber Horsey macht das smart. Jetzt fährt er doch wieder. Weicht hier gut aus. Wenn er hier die Runde noch als Zweiter oder als Erster sogar. Schade. 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 Oh. Hallu. Ähm. Horsey. Smart. Lieber komplett ausweichen. Als da reingeballert zu werden. Oh Gott. Aber dadurch ist er noch Fünfter. Ich bin Sechster mit dem Bus. Oh Reef. Den kill hol ich mir. Zack. Oh, Dalu hat sich gekillt. Dalu hat sich vor sie gekriegt. Ich hab einiges an Punkten geholt, glaub ich. Eieieiei. Jen, Jen, Jen! Jen ist raus! Boah, ich hab doch die Punkte dafür gekriegt, geil! Sehr gut. Ja, gehen wir mal zum Team... Gucken nochmal. Christian kämpft ein bisschen mit Arthur. Hier vorne sind die Low-HP-Busse. Oh, Mann, bitte! Oh, Paul wollte aber acht. Paul wollte. Der dreht hier einsam seine Kreise vorne gerade. Dalu covert ihn ein bisschen. Boah, unsolide. Wie schmeckt's, he? Wie schmeckt's? Okay, nice. Sturmy hat er gerade noch. Warte, ich probier den zu holen. Sturmy hat Dalu gemacht. Sie kriegt den... Oh nein! Hey, schön, wir haben richtig Punkte. Weiter so, weiter so. Weiterfahren, 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 weiterfahren. Jetzt kriegen wir Punkte fürs Zielfahren, Freddy. Nice! Oh, Team Grün könnte ja richtig pumpen. Sehr nice, sehr nice. Zwei sehr gut platzierte Fahrer. Schön, schön! Das war wichtig, Team Grün hier. Ja, okay. Lara hat gerade Kevin gemacht. Aber mit 40 Punkten ist Team Blau jetzt noch nicht so nah dran. Also fahren hat ganz gut funktioniert, nochmal irgendwie 22. Lara ist die Letzte, die fährt und noch nicht über dem Ziel ist. Das wird nicht reichen. Wir haben drei Punkte vor. Sehr, 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 sehr gut. Schön! Stark Team Grün. Geil, das ist der Erste. Gute Arbeit. Das war richtig verkackt, aber schön. Also... Das ist stark gewesen. Und Gelb auch richtig, richtig gut dabei mit 88 Punkten. Ja, das ist ein lange Zweiler, ne? Also zwei Runden Zweiter, ich habe einen kaputt gemacht und das sind schon richtig viele Punkte da. Nachdem Team Gelb so abgeschlagen hinten war, haben die richtig gut wieder Fuß gefasst. Aber Team Grün schreitet jetzt ein bisschen voran. Ah, das sehen wir gleich. Ne, 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 die waren nicht Zweiter. Also sehr stark. Gelb war Zweiter. Ne, wir waren im Gleichstand mit Gelb, glaube ich. Ne, wir hatten zwei mehr Punkte als Gelb. GG, Alter, dieses Format ist so geil. Cosmos Mops. Dritter war Team Rot. Deshalb machen wir es jetzt zum dritten Mal schon. Ein sehr, sehr schönes Event. Alle paar Monate findet das statt. Und macht übelst viel Laune. Danach bin ich immer sehr heißer. Verstehe gar nicht warum. Aber das war spannend. Okay. Da hat sich jetzt hier so ein bisschen die Busmeter durchgesetzt. Wenn wir jetzt mal noch Erster machen würden und Team Rot Letzter wäre. Das wäre sick. Chat. Wie viele Strecken haben wir denn noch? Wir gucken mal. Zwei. Ne, drei. Zehn, elf und zwölf. Oder rennt zehn von zwölf ist es jetzt. Ja, es sind noch drei Strecken, jo. Mhm, mhm. Aber das sieht doch aus wie rennen. Wir könnten. Ja, wir müssen gucken, was die anderen nehmen. Ja, genau. Wenn die auch wieder alle Bus nehmen. So. Wir haben jetzt einen Stadt Circles. Ich bleibe, glaube ich, egal was ist bei Bus. Ich bin super useful als Bus im Vergleich. Mal gucken. Ein Hoch auf unserem Bus. Ah, ah. Dalu hat aber Auto. Sind auf jeden Fall in Schlagweite gekommen. Team Grün. Ein Sieg noch. Jetzt alle weiter Bus fahren. Dalu sind richtig nah dran. Bus genommen. Natürlich nur, wenn Team Rot jetzt nicht Zweiter wird. Aber trotzdem. 26, 32. Gehen wir mal zu Team Rot und hören mal, was da die Taktikbesprechung ist. Ja. Wir bauen uns selber die Tools zum Punkte sammeln. Das Programmiert alles. Der liebe Andi. Du kannst auch Serverinfo drücken. Das sieht schon aus wie eine Automap an sich. Aber es sieht so aus, als wenn die so einge... Also die hat halt nur Banden wahrscheinlich, ne? Oh, die ist aber lang. Das heißt aber, du hast keine Möglichkeit auszuweichen. Also, du kannst nicht über die... Du wirst nicht über die Absprung fahren können. Du wirst halt... Das ist richtig. Wenn du einmal gecatcht wirst, dann fahren alle rein. Ach doch, letztes Rennen doppelte Punkte. Ne, wir können sich auf einmal die Regeln ändern. Das geht nicht, Chat. Wenn du einen Spawn hast und Glück hast, dann sammelst du damit halt Fettpunkte. Ihr feuert da euer Team an. Und ihr seht das auch ganz weit vorne, aber... Also grün und gelb haben zwei Busse nur. Wenn ich das richtig sehe. Der Rest hat einen. Drei Runden noch. Ja, okay. Das ist okay. Ja. Grün zwei Busse, gelb zwei Busse. Rest ein. Jetzt haben viele noch auf Auto gewechselt. Letzte Runde ohne Busse. Nein, 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 Chat. Die Leute können das selber entscheiden. Ich will da jetzt gar nicht so stark eingreifen. Vielleicht machen wir noch eine Bonusrunde, wo ein Motto gefahren wird. Aber das können die Leute nachher entscheiden. Wir haben hier leider heute einen relativ straffen Zeitplan, weil ja Anschlusssachen noch von dem einen oder anderen geplant sind. Deshalb mal gucken. Aber dankeschön, Chat. Eieiei. Für eure lieben Worte. Dankeschön, Chat. Wir brauchen jetzt noch mal einen ersten und grün. Wir machen das auch immer sehr viel Spaß, das Event. Dann sieht es richtig gut aus. Auch wenn das Organisieren immer ein bisschen anstrengender ist. Einmal so eine richtige Rennstrecke. So einmal noch eine Strecke, wo es uns angeht. Es lohnt sich auf jeden Fall. So. Heute kann... Trilogs. Jetzt macht doch mal bereit. Komm. Vier grüne, fünf grüne. Nice. Vernünftel und Lennart müssen already machen. Nur noch du, Lennart. Dann geht's los. Vier blaue. Kann auch nicht mehr bei sein Auto wechseln. Lennart ist gerade gemutet. Keine Ahnung, was der Junge macht. Ihr habt eure... Warte. Wieso kann ich mich hier anbüten? Was ist hier los? Jawoll. Jetzt geht's los. Okay, Chat. Ich steuere angefolgt als A. Ich werde mich hier anbüren stellen. Oh, Jen zielt direkt drüber. Also Lennart und ich werden festgehalten. Ich bin letzter. Scheiße, die ist gar nicht so groß wie ich dachte. Das ist eine andere. Fuck. Oh, Peter hat sich verschätzt? Oder was? Peter, die ist schon groß? Ein Stück. Die ist schon groß, die Map. Das ist eine der größten Maps, glaube ich. Aber ein Standkurs. Sehr eng. Was muss man denn bezahlen, um einmal vorne zu starten? Also um einmal nicht zwischen den Bussen zu stehen. Einmal. Also ich komm nicht weg. Äh, Dalu hat einen grandiosen Start hinter sich. Hier sind schon einige Leute mit 20% weniger Leben. Das könnte auf dieser Map echt wehtun. Weil die hat viele fiese Kurven. Die hat sehr viele 90 Grad Kurven. Ähm, wo du mit hoher Geschwindigkeit reinkommst. So wie jetzt hier zum Beispiel. Und du auf jeden Fall bremsen musst. Und du kannst hier noch echt mal rausholen. Ja, ich bin auch wieder am Fahren. Du, ich bleib rechts. Leben. Managen. Das wird heute in dieser Map. Ich halte mich rechts. Ich halte mich rechts. Der hinter mir ist auch auf meiner Seite. Ja, ich hab ihn. Ab ihn. Ich geh mal zu Team Blau. Das Leben, ey. Das ist doch. Ich bin einfach Dreck. Alter, Trillups ist echt der Dreck. Ey, was ne Dreckskacke. Oh Gott. Oh, Lara wird's. Oh, Lara. Wie OP das einfach ist. Lara fährt richtig rum. Interessant. Trillups. Paul fährt falsch rum. Er trifft ja auf die ersten Fahrer. Peter führt an. Sascha ist schon tot? Ich hasse sie. Ich werd nochmal derer fliegen und ihr eine Schelle verpassen. Du meinst deinen Geschenkkopf verpassen, wo was ekliges drin ist. Nein, ich mein meine Hand einfach so PAM. Das kann nicht wahr sein, wie oft die mich schon gebitcht schleppt haben. Das ist nur fair, dass ich das dann auch tue. Trillups. Ui. Oh, die haben Trillups in meinen Arsch abgerissen. Also, entspanntes Klima, Atmosphäre ist hier jetzt nicht so. Also, Bram hat schon Hartenhass hier. Ja, 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 gut, gut, gut. Aber Bram hat auch nicht so viel Leben. Ich verstehe das. Oh, Fischi. Papaplatte snackt sich hier zwei von Team Blau. Aber so richtig. Viel zu spät gebremst. Das war nicht gut. Ich geh mal zu Team Grün. Nein, 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 nein. Ich habe Peter aufgehalten. Nice, nice, nice. Hol ihn. Achtung, ich bin hier. Warte, ich gehe hier lang. Okay. Oh, Reefed. Alles gut, der kann auch ruhig vor mir sein, weil da kommt direkt ein Bus. Da kommt direkt ein Bus. Hier geht dann auf Peter. Oh, Trill. Ey, der ist schon fast tot. Lol. Ich glaube, es war jetzt nicht Smarty da zu chasen. Ich habe ich aber alles richtig gemacht. Oh, damn. Ich bin ein bisschen dran arbeiten. Hat Trillian gekillt? Nö, let's go. Jen tötet einfach alles. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Kriegst du da vorne? Ja, du hast Peter. Nice. Ich kann vielleicht Peter auch noch mal holen. Nein, Lara hat mich gekillt. Stubi, du wolltest es aber auch nicht. Aber es war nicht, oder? Nein, Alter, das gibt es nicht. Oh, shit. Oh, nein. Kevin. Oh, damn. Da kommt doch jetzt was an für dich. Ein Opfer. Oh, bitch. Was? Okay, kritisch. Oh, Kevin. Das war knapp. Das war knapp. Gehen wir mal zu Team Gelb. Gelb. Ja, kommt gleich. Kommt gleich. Ich hab Nalu zerstört. Nein, ich bin vor der Ziellinie von Rief gekillt worden. Kann nicht sein. Hab ich fast, hab ich fast geschafft auszuweichen. Toll. Fast. Der hat dann eben auch vorbei. Scheiße. Paul ist noch mal Leben. Das war diesmal wahrscheinlich. Aber Platte kannst du dir holen. Nancy auch. Oh, das war knapp. Nein. Nancy, das war knapp. Ein Leben. Ja, der lebt leider. Auch wenig. Ei, ei, Nancy. Oh, Lara hat mir zu viel. Lara hat mir viel zu viel. Lara ist gerade erstplatziert. Oh, lol. Lara fährt durch. Ja, Lara fährt durch. Und Lara hat sogar noch demoliert. Und Jen und Lara prallen aufeinander. Jen hat gerade nochmal Punkte geholt. Ich hab Papa Platte zerstört. Paul hat Papa Platte. Das bringt wichtige Punkte für Team Gelb. Wir sind noch eins, zwei und drei. Wir müssen fahren, Nancy, glaube ich. Ja, okay. Wenn die jetzt. Also muss ich drehen, ja? Ohhhh. Wenn die jetzt umdrehen. Boah, das wäre insane. Die können jetzt richtig Punkte machen. Nachdem alle zerstört sind. Alles wieder. Wir sind zwei und drei wahrscheinlich. Weil keiner bisher übers Ziel gefahren ist. Tickert der Tyler noch nicht runter. Ja, das können sogar gehen. Ich hatte allerdings noch keine Runde gefahren. Ich weiß, ob das zeitlich passt, ne? Das ist ja dumm. Kein Problem. Das ist ja rigged. Die kriegen jetzt richtig heftig Punkte vier Runden lang. Sechs Punkte hinter dem nächsten. Äh, hinter dem ersten. Die anderen sind beide hin. Und Team Rot ist halt schon raus. Team Rot hat zwar schon viele Punkte. Aber wenn sie jetzt alle richtig rumfahren. Ich hab noch Leben. Ich hab noch Leben. Snacken die sich einfach die Punkte. Lol. Erst alle töten und dann richtig rumfahren. Das ist Maximum Point. Einmal freu ich mich schon. Aber das verfolgen noch nicht alle. Team Gelb hast schon geschnallt. Ich hab noch 10 HP. Jen fährt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, noch falsch rum. Nancy, wie viel Leben hast du noch? Ich hab 45 noch. Ja gut. Jen fährt noch falsch rum. Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Lara fährt Serious auf dem ersten Platz gerade. Die einzige, die entgegen fährt, ist Jen. Die ist gerade... Ja, da bin ich gerade erst ausgewichtigt. Die ist gerade vor der... Also die letzte Kurve. Wirklich, 500 IQ Move von Team Gelb. Wir gehen mal zu Team Grün und hören mal, was Jen macht. Kicks sie vielleicht vorher down oder so, aber... Oh mein Gott, ist das so kurz. Ich glaube, Christian hat gerade auch rausgefunden, wie es geht. Jetzt zweiter Truck. Also nicht der erste. Der erste ist Nancy. Nancy hat nur viel. Der zweite, der kommt, ist Paul. Also Jen wird schwierig. Der hat gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts mehr. Wenn du an Nancy vorbeikommst... Oh Nancy! Ihr geht auf mich zu extra. Oh Nancy holt extra den Crash. Damit Paul durchkommt. Schön. Oh, aber Paul wurde demoliert. Das waren noch wichtige Punkte natürlich. Ja und dann kommt Lara. Aber Lara hat mehr als du. Ja. Die kommt jetzt hinter der Kurve. Team Blau ist zu Team Grün. Ich glaube, die kriegt mich nicht down. Ich glaube, sie darf nicht frontal... Noch Konkurrenz. Aber sie weiß, was sie tut. Ja, ja, ja. Das wäre das erste Mal. Team Blau und Grün sind noch direkte Konkurrenten. Und Team Blau, also Lara, holt gerade noch ordentlich Punkte, weil sie die ganze Zeit erster ist. Wenn Lara jetzt noch zwei Runden schafft, holen die noch Team Grün. Und vielleicht sogar noch Team Gelb, wenn sie die drei Runden absolviert. Mal gucken. Das ist aber auf jeden Fall übelst dumm. Was ist gerade hier passiert? Was ist gerade hier passiert? Aber, hey. That's the game. Ich meine, haben wir von drei Teams jetzt noch drei Fahrer dran. Wenn ihr jetzt Lara von hinten irgendwie einfach catcht, weil sie in die Wandelt. Ich würde gerne Lara holen. Ja, ja. Lara zu holen wäre wichtig, aber... Bei Frontal bin ich im Arsch gegen sie und gegen Nancy. Blau ist jetzt durch. Nicht wenn Lara jetzt noch... Also ich müsste jetzt einen killen. Ich müsste Lara killen, ja. Da fährt Lara. Ist Lara die Blaue da vorne? Ja. Also Rot, weiß ich nicht, ob die Letzter wären. Je nachdem, wenn die sich jetzt vorher noch alle auseinander nehmen, dann ist Rot halt erster. Die müssten jetzt halt schon vernünftig fahren hier. Und überleben. Also Team Gelb braucht auf jeden Fall noch einmal Startziel, dann sind sie vor Team Rot. Das wäre wichtig. Erster Platz wäre das dann. Nancy ist auf dem zweiten Platz. Ich glaube, sie kriegt acht Punkte oder so. Drei Frauen über. Ja, stimmt. Tja. Die haben einfach jetzt hier mal alle outsmarted. Kriegt sie nicht mehr. Jen kriegt die Lara? Nee, ne? Und Jen ist vor allem noch in der ersten Runde. Also selbst wenn sie kompetitiv mitfährt, holt sie da nicht viel. Okay. Nee, die kann super entspannt sein. Aber Lara fährt jetzt ganz easy game das Ding nach Hause auf dem ersten Platz. Nancy holt sich jetzt hier die Punkte und überholt damit mit Team Gelb. Einmal mal Team Rot, wir gehen mal zu Team Gelb. Ganz entspannt weiterfahren. Die sind zwar hinter dir, haben aber genug Abstand. Okay. Oh Gott. Sie gönnt hier Team Gelb. Oh, die sind aber echt schnell, ne? Lara wird jetzt nochmal ordentlich Punkte holen. Ja, Lara hat wahrscheinlich auch noch viel Leben, ne? Die kann einfach fahren. Ja, die hat... Jen versucht ja alles mitzunehmen, um auf Lara aufzuholen. Du musst zusehen, dass du früh genug bremst jetzt. Wir sind immer noch vorne. Lara hat jetzt neun Punkte geholt, punktgleich mit Team Rot. Aber wenn Lara die Runde jetzt noch überlebt und punktet, dann wird das noch richtig knapp. Nancy, denk dran, früh genug bremsen. Ich weiß nicht genau, wie hoch der Unterschied zwischen Position 1 und 2, was die Punkte anlegt ist. Weil vier Punkte sind die dann noch auseinander. Am besten wäre es für mich, wenn Jen da Druck setzt. Wenn Jen noch... Lara zerstört. Aber kriegt die da nicht auch Punkte? Guck mal, die hat jetzt wieder 51. Oh, Jen kämpft sich richtig ran an Lara. Gehen wir mal zu Lara. Aber wie soll denn dieser Move bringen? Dann bist du hinter ihr und du glitzerst dann, bist unsichtbar. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Herz der Karten. Oh Gott! Also Jen hat das wirklich noch aufgeholt. Oh! Das ist das, was ich meinte. Oh! Oh! Und in der nächsten Kurve kriegt Jen sie. Ja, aber nicht mit ner Wand. Die Wand ist das, was Damage macht. Der Aufprall nicht. Ah, okay. Oder? Jen geht Risiko. Nein, noch nicht Risiko. Und Jen macht das. Jetzt hast du aber kein Leben mehr für den Aufprall. Jetzt musst du das planen. Jetzt musst du. Du musst jetzt schnell durch die Kurve durch. Eieieiei. Und zwar schneller als sie, weil sie wird einfach gerade ausfahren. Wir gehen zu den grünen. Oh Gott! Was ist denn hier los? Es wäre halt übertrieben, wenn sie jetzt einen Unfall baut. Oh, oh, oh! Oh, oh! Schön! Lara musste bremsen. In der nächsten, in der nächsten. 100 pro. Und da holt Jen sie! Schön! Krass! Jen holt noch Lara! Nancy ist da vorne noch, die hat genau so viel Leben wie du. Oh! Nancy ist jetzt in der letzten Runde. Ja Nancy kriegt... ...damage macht, aber war trotzdem sehr gut. Eieiei, damit hat Team Blau und Team Rot Punkt Gleichheit. Ah, grad innerlich gestorben. Und ich bin mal gespannt, ob Jen jetzt... Ja was ist denn? Du bist sehr gut gefahren. Wieso fährt Jen die Runde nicht zu Ende? Was hab ich jetzt geschafft? Okay wir gehen mal zu Team Grün wieder. Aber wenn du jetzt noch eine Runde durchs Ziel fährst, weißt du bist ja eh schon daneben, kriegen wir dann auch noch Punkte? Ja! Fahr durchs Ziel, Jen! Stimmt, oder? Super wichtig! Halleluja! Das heißt da dann noch fahren und dann einfach nochmal probieren aufs ganze Gehen und in Nancy reinballern. Ja. So Nancy ist auf der Hälfte der Fahrbahn. Der ist bei einem Football, der so mit so einem iPad da steht und so die... Oh! Oh mein Gott! Let's go Freddy! Insane! Nice! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So wenn... Oh mein Gott! Soll ich da umdrehen? Ich flieh jetzt nach oben, einfach nur weil... Ja ja genau und dann hau mal in die rein, gucken ob du die Doppel zu kriegst. Vielleicht einfach... Okay... Ich weiß nicht, ob's nicht smarter wäre, noch eine Runde zu fahren. Habebein ey! Das macht dann auch keinen Unterschied. Was ist denn hier los? Alter, mega gut! Nennt sich auch fast down! Christian freut sich auch für sein Team. Ihr habt gleich viel Leben! Die wird mich killen. Yes! Probier einfach. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen auf die Gelb. Und dann hinter... Also quasi an ihr vorbei. Sie kommt... Sie sieht ja den Pfeil. Sie sieht ja den Pfeil. Ja. Sie kommt, ich seh sie. Okay. Und... Ja! Was? 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 Was passiert? Sie hat mich stimuliert. Aber wir sind trotzdem vorne. Wir haben gewonnen. Ja, wir sind trotzdem vorne. Und dann... It's done! It's done! Wir beide... Did not finished. Sehr gut! Es hat keiner das Rennen überlebt. Nach meinem Tod habe ich da... Alle... Schrechtsrot! Aber... Geil! Sehr geil! Was? Stark! Stark, stark, stark! Sehr geil! Sehr, sehr... Das gibt jetzt einen virtuellen Schulterklop. Nice! Jawoll! Das war spannend. Das war der spannendsten... Auch wenn's nachher... Ein bisschen... Das ist ruhig gespitzt. Bin nicht mal mitgefahren. Ei, ei, ei. Oh ja. Aber taktische Anweisungen mitgegeben. Sehr gut. Ey, das ist voll gut, wenn ihr mir die ganze Zeit sagt, was machen sollt man. Also Nancy... Richtig nice. Richtig stark. Aber auch Jen... Jen hat uns auch richtig in die Karten gespielt damit, dass sie Lara getötet hat. Ja, hat sie auch. Ja, das stimmt. Richtig gut. Ja. Aber es war ja auch wichtig für das Team. Ja, muss man auch sagen. Da sind wir wieder gleich auf. 29 Punkte beide. Okay, Chat, das wird eine verrückte Runde. Hier wird auch nicht viel überleben. Aber das Team Rot letzter geworden ist, war wichtig. Das ist richtig. Hier wird auch nicht viel überleben. Vorletztes Rennen. Mega wichtig jetzt hier. Können wir da noch rankommen? 33 Punkte Team Rot, 29 Team Grün. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder 5 Punkte machen... Komm, wir gehen mal in die große Übersicht. Dann haben wir die schon eingeholt. Dann haben wir die schon eingeholt. Also hier. 33 Punkte. Team Peter, Dalu, Reift und Trill für noch... Es sind noch zwei Matches. Zwei Rennen. Das heißt maximal 10 Punkte zu holen. Auf dem ersten Platz. Aber natürlich Team Rot kann natürlich dann noch zwei Punkte holen, wenn sie letzter werden. Aber das wär's dann. Also da ist noch was für sowohl Team Grün als auch Team Gelb drin. Team Blau, bisschen abgeschlagen. Aber das wird schon. Vielleicht pirschen die sich noch ran. Ne, eigentlich nicht. Also selbst wenn sie beide Rennen gewinnen und 10 Punkte machen. Alle anderen werden ja zumindest letzter. Damit steht leider schon der letzte Platz fest. Das ist Team Blau. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich denk an die Szene. Jojojo. Diesmal, ich hab meine Maus schon drauf. Ahhhh. Also. Tja. Das war ein Satz mit Nix von Team Blau. Aber. Wer weiß. Die werden jetzt noch den Unterschied machen. Werden sie jetzt auf Team Rot gehen? Oder werden sie jemand anders fokussen? Weil. Die sind natürlich schon relevant. Auch für. Den Ausgang von dem Abend. Also. Die können noch mal Einfluss nehmen. Wenn die sich jetzt absprechen. Nur auf Team Rot zum Beispiel zu gehen. Und rückwärts zu fahren. Könnte noch was bringen. Mal gucken. Ich bin gespannt. So. Gleich geht's los. Wir gehen mal zu Team Blau. Vielleicht haben die ja noch Taktikbesprechungen. Jetzt. Was jetzt passiert hier auf der Map. Alle Bus außer Sturm. Die Map ist sehr klein. Sehr eng. Und man crasht sehr gerne. Also. Und selbst soll bitte die Szenen nicht wieder vergessen. Ich habe ja schon alles gewechselt, Bram. Ich habe ja schon alles gewechselt, Bram. Habt ihr ja noch eine spezielle Taktik ausgearbeitet? Hab ich vermutet. Ich bin für Paul. Okay. Einfach rauf. Einfach rauf. Wieso starle ich denn jetzt vorne? Hä? Fuck. 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 Ich fahr einfach. Na Meppen Süd. Was ist denn? Ich bin nicht im Spiel. Ja du hast dich bereit gedrückt. Ich habe es dir gesagt. Ah ne. Ja du hast eine falsche Cam. Ich war in einer anderen Cam. Keine Ahnung was das war. Ha ha ha. Ha ha ha. Bin drin. Bin drin. Bin drin. Bin drin. War nur irgendwie eine komische Cam. Das. Oh oh oh. Dreckgescamped am Anfang. Geil. Horsi wurde schon richtig weg gemacht. Alter hier die Kurve ist aber auch richtig richtig gut ey. Also sie rammt sich aber auch jeder hier gerade weg. Papaplatte ist auf dem ersten Platz. Lara kuschelt sich direkt dazu und hat ihn aufgebockt. Nein. Oh wie kacke. Oh man. Fuck. Ja Lara hat sich auch aufgebockt und damit ein bisschen was am Platz verloren. Bram kebbelt sich hier mit Kevin. Arthur du bist übrigens gemutet ne. Und Sturmi fährt einfach vorbei. Gen fährt falsch unten. Eieiei. Da gab es schon die ersten Punkte hier. Ui. Und die ersten Leute die übers Ziel gefahren sind. Mal gucken ob die 5 Runden viele überleben werden. Ich glaube Sturmwaffel wird nicht dazu zählen. Auch wenn er noch full life ist. Das ist ja krass. Wenn ihr unter 10 bist dann kann sich das lohnen. Krass. Also feuert eure Teams an Chat. Ballert mal ein bisschen. Oh Bram hier Fahrfehler gegen den Pylon. Und wird dann von Nancy auch weggeballert. Frech. Aber ich hab den Kinn nicht gekriegt. Gucken wir uns mal an was bei Team Rot geht. Ich bin schnell um hier dann vorbeizukommen. Scheiße hat die aber auch. Tummi hat kriegt 5 verscheckte Subs. Dankeschön. Tummi hat erstmal gut kassiert. Da kommst du ran Peter. Oh Dalu fährt falsch rum. Ich hab den Bus hinter dir aufgehalten. Sehr gut. Autsch. Autsch. Ich kriege Tag Team von den Bussen leider. Autsch. Ich bin jetzt erstmal über das Spiel. Oh nein. Der war mal knapp. Dalu hat sich zurückgesetzt. Aber Dalu ist tot. Ich bin down. Ich bin down. Danny hat mich frontal gefickt. Peter wird gerne frontal gemacht. Das war Aua Dalu. Bist du richtig tot Dalu? Ich wurde in der ersten Runde von 16 Leuten gefügelt, also das sind nur 12 da, also überleg dir das. Halleluja einfach nur, Halleluja. Richtig, richtig nices Event, Leute. Der ist die Niklas vor, der hat nicht so viel Leben. Feuer dein Team an, gib Gas. Ich glaube, das können die hier auf der Map gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber du bist Dennis so krass ausgerechnet. Also Horsey hier aus Team Gelb im Auto, klingt sich eigentlich ganz gut. Ich hätte gedacht, der wäre schon längst von der Strecke gefegt worden. Aber ich habe im Gefühl, da geht sofort noch was. Aber er bekommt Backup von Sascha, der Christian die ganze Zeit am Hintern rumfummelt. Der Christian möchte gerne Horsey von der Strecke ran, aber wird selber weggeschoben. Jetzt einfach voll da. Jen, 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 Jen. Ja, Mann. Ich habe Jen rausgeboxt. Nice. Ei, ei, ei. Die hat doch ungefähr zwei Leben oder so. Okay, jetzt holt sich Peter die, glaube ich. Oh, nein. Vorsicht, ich bin rechts neben dir. Jen, Ramm, einfach einmal gegen Ramm. Oh, zu spät. Antonia versteckt sich hier ein bisschen. Wir gucken mal bei Team Rot rein. Du sind's. Hier bleibe ich. Toni hat sich versteckt auf der Map. Die spielt ein bisschen verstecken. Bleib lieber stehen und lass dich. Sturmwaffel ist übrigens Erster und holt die Punkte mit dem Auto. Sturmy macht das richtig gut. Ich habe nicht gecallt, dass er stirbt. Sturmy liefert das Rennen seines Lebens. Aber Sturmwaffel ist egal. Sturmwaffel ist egal. So lange du fährst, werden wir Zweiter. Sicher? Gelb ist vorne, ja. Gelb fährt aber nur noch... Er hat zwei... Nein, er fern drei von Gelb. Sturmy hat gewonnen. Und damit gehe ich mal zu Team Grün. Ich sehe die Punkte nicht. Wer hat wie viele Punkte? Wir haben 97. Solide. Zweiter hat 56. Boah, wir haben richtig solide Punkte. Kevin fährt auch noch richtig gut dabei. Ey, wer ist in der grüne... Oh, das grüne Auto da. Fischlob ist hinter dir. Pass auf. Achso, ich bin schon durch. Ich bin der Erste. Ah, okay, okay, okay. Soll? Ich hinge fest. Oh, oh, oh. Ähm. Kevin holt sich... Holt er sich da noch was? Lass dich auf keinen Fall zurückkehren. Nancy versucht Toni zu bekommen. Oh, Christian. Christian wird von Fischi weggemacht. Oh, ouch. Du bist down, ne? Christian down. Ich muss eigentlich... Eigentlich muss ich Leute killen, oder? Von Fischi... Von Fischi geballert. Team Grün dürfte eigentlich durch sein mit 100 Punkten. Also wenn du kannst, dann blau. Ich freue dich. Rot und blau sind sehr knapp, aber... Rot müsste jetzt noch... Oh, Rot kommt doch noch auf den letzten Platz. Rot ist letzter. Oh, Rot ist letzter. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Das könnte sein, dass wir es noch rücken. Niklas hat noch die Punkte geholt. Dass wir noch erste werden. Mega nice. Oh, mein Gott, haben wir es? Nice. Nice. Yeah. Ja. Geil. Geil, 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 geil. Ich glaube, wir haben es. Geiler Shit. Alter, ist das spannend. Wir sind jetzt noch nicht erst mal mit denen zusammen, glaube ich, oder? Wie nice. Wie nice. Ey, wir müssen jetzt richtig hart aufpassen. Die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Boah, das wird jetzt crazy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, den wird richtig... Den wird richtig grad der Arsch schwitzen, ey. Ich geh mal eben zu Team Rot. Ey, den guckt schon der Stift am Arsch. Brün. Ei, ei, ei. Hier ist du ruhig bei Team Rot. Ja, wenn die Autos ganz gut durchkommen, wäre es vielleicht doch noch eine Überlegung, doch Auto zu nehmen, oder nicht? Na, lass mal gucken, was die noch ist. Er gebe uns halt jetzt eine normale Map. Und einen guten Spawn. Er gebe uns halt wirklich nur eine... Oder hat er schon gewechselt? Ne, noch nicht. Okay. Die Map sieht so anders aus. Oben links sieht so aus, als in der Straße mehr. Ah, was nehmen wir denn hier? Das Gefühl, ich bin nur auf Schotter gefahren. Oh mein Gott. Das können jetzt auch drei Teams noch holen. Du müssen... Ah, das... Das... Rosenheim Raceway. Ich hab mit dem Bus absolut keinen Impact. Eigentlich Racknado, oder? Ich werde jetzt auf das Auto untergehen. Ja. Eigentlich... Ja. Den Feuerring hatten wir schon. Den Feuerring hatten wir schon. Bei mir geht es so. Wenn so viele Leute Bus nehmen, finde ich es ein bisschen... Wenn alle vorgefahren, würde ich gerne Auto fahren. Aber in dem Moment, dem welche Rückwärts fahren, die fokussen uns halt krass. Also, als ich gerade mit dem Bus kam und mich einer gerammt hat, sind alle anderen Teams direkt auffahren. Alter Vater, ey. Wir wollen den Kill, wa? Ja. Ja, aber ich hatte noch volle HP. Und dann Rattlesnack! Ja! Rattlesnack! Meine Lieblings-Map! Jo! Komm, let's go! Das ist eine normale, aber coole Special. Also, ich find die... Jetzt wechsel doch mal selbst. Ey, Blatt, zeig doch mal hier jetzt, was kommt. Wo ist Rattlesnack? Das macht doch mal eine seriöse jetzt. Das ist eine neue Special-Karte. Eine Strecke, wo man am Anfang eine Rampe runterspringt, dass man... Aber umgekehrt. Als Teamrennen... Also, im Grunde müssen wir jetzt fast den ersten machen. Oh! Also... Ja! Aber auch wieder Banden rechts, links. Aber... 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 Die wird nice. Jetzt machen sie alle Rennen. Die machen alle Rennen. Okay. Die wird nice. Bus ist safe schlechter. Ich würd auch sagen, Bus ist nicht so nice hier. Ich würd sagen, wir bleiben bei... Wir bleiben bei 2-2. Mhm. Ja, finde ich auch gut. Sehr gespannt, was hier jetzt geht bei euch, Leute. Ja. Und Dankeschön einfach... Oder Chris nochmal... Dankeschön für die Subs, für die Verschenken von Dream Medics. Der hat hier Subs rausgeballert. Nicht rennen normalen. Da haben wir auf Rote zu gehen auch. Es gehen halt jetzt sau viele auf normal. Und mit Bus bist du halt hier einfach grad auch mit im Vorteil. Ja, genau. Das Problem ist aber, die Strecke ist teilweise sehr breit zum Ausweichen. Also die Grade, die du da siehst, da kannst du links bis zu den Reifen ausweichen. Also das könnte schwierig sein, mit dem Bus zu zwingen. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Vier Runden? Da würde ich nochmal überlegen, auf den Starbees zu wechseln. Wo ist das clever? Fünf Runden ist vielleicht ein bisschen viel, ja? Also standardmäßig würde ich da auch vier Runden nennen. Aber wichtig ist einfach, dass man... Durchkommen ist wichtiger, Alter. Vier Runden ist hier wichtiger. Okay. Und wir hören jetzt nochmal bei Blau rein. Ja. Einmal... Einmal noch vorne mit dabei zu fahren. Wir haben hier auch eine Sprache nachgeschickt, Alter. Zehn Runden bei Finale. Nee, nee, Leute. Wir auch. Wir machen das hier seriös. So wie wir auch Rackfest normal spielen würden. Das darfst du euch zeigen! Warum denn nicht? Weil das illegal ist! Darf ich das nicht zeigen? Zählen für's Finale hat mehr Schaden. Nee, Leute. Das ist mir doch egal. Du zeigst euch meine Handy-Nummer ist. Damit rein ist wegen rein. Ich mein, wenn du Bock hast. Fünf Weil Finale. Leute. Fünf Weil Finale. Komm! Weil Finales. Ich bin jetzt ein Gönner, ja? Weil ihr auch so gönnt hier im Chat. Weil ihr so gönnt im Chat. Machen wir fünf. Gönnen wir euch fünf Runden. Hast du auch gerade gehört? Ich bin halt auch ein Bier. Ja. Letztes Rennen. Letztes Rennen. Es geht um die Wurst. Warum darf ich das denn nicht abspielen? Das ist das gleiche, was Brammen gerade gesagt hat. Wir haben 34, 34. Aber das ist Beweis. Kann sich ja Brammen ausgedacht haben. Wenn wir vor Gericht sitzen. Wenn wir nachher vor Gericht sitzen. 32 bei Team Gelb. Insane, die waren so weit abgeschlagen. Nein, ich hab nämlich gemutet. Das war alles drin. Team Gelb kann jetzt auch noch gewinnen. Ich weiß nicht, wovon du redest, Lara. Leute. Dankeschön auch. Dankeschön hier auch an Johnny. Nochmal für die verschenkten Subs. Mega nice. Dankeschön. für dieses geile Event. Kinomäßig gesitten für Netflix. So. Fischi muss man bereit drücken. So ein paar Leute Aussagen müssen gegen Paul. Fischi will man nur bereit drücken. Oh, Entschuldigung. Mann, Fischkorb. Immer. Nice. Schlimm ist das. So, Chat. Let's go. Finale, letzte Runde. Oh mein Gott, Alter. Paul bleibt stehen. Mehr oder weniger. Okay. Zuschauen. Ich war schon rückwärts. Was war das denn? Was war das denn? Warte mal, falsche Kamera. Dankeschön. Ich bin allerletzte, weil Jen und Reeve mich nach hinten gedrückt haben mit ihren Bussen, als sie schon gewendet haben. Weil sie sich gesandwiched haben. Okay. Die Map ist halt einfach geil. Hier sind Sprünge drin. Hier sind geile, schnelle Kurven mit dabei. Man kann hier von der Map fliegen, runter gedrückt werden. Oh, da vorne kommt die Busse. Da sind die ersten Busse. Bram und Jen sind am Start. Was ist denn das für eine Strecke? Was? Kürzen Sturmy ab. Sturmy abkürzen. Oh Gott. Sturmy, du kannst doch nicht abkürzen einfach. Was ist denn hier los? Es kommen die ganzen Busse hier rein. Ach du Scheiße. Die scheiße Powerplatte kommt von der Seite geflohen. Alter, was ist hier los? Wir müssen mal unbedingt bei Team Grün rein. Toni. Was ist? Los, mein Team Grün. Es ist doch nicht so meine Mega-Runde gerade, muss ich sagen. Es fällt auch ein Bus von der Strecke. Aber kommt hoffentlich noch. Team Grün, ich glaub an euch. Team Rot hat schon zehn, elf Punkte, 18 Punkte. Ey, komm, Alter. 23 Punkte. Was ist los, Team Grün? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, Rot geht auch komplett auf mich, ey. Warum? Okay, Chillux und Peter sind hier richtig am Start. Oh nein. Team Blau scheint nicht wirklich Einfluss nehmen zu wollen. Sehr gut. Christian hat, oh, beide Rote erwischt. Richtig, richtig stark. Oh nein, ich bin da nicht hängen geblieben. Ja, ich bin hingefallen. Oh nein. Oh, der Streif liegt auch noch drüber. Wir müssen Team Rot focussen full. Autsch. Alter, ist das geil. Oh, Dalu fast von der Strecke geschont. Ja, sieht schlecht aus. Mit drei Leuten hier trotzdem noch so weit vorne. Alter, ja. Das macht gut Punkte. 25 Points. Trillox fliegt noch an der Seite vorbei. Ja, ich hab nur noch 29. Tony hat mir 50 gezogen vorhin. Oh, Jen ist wirklich schon ein bisschen low. Ah, geh doch nicht auf Gelb, Jen. Du wolltest doch auf Rot gehen. Wahrscheinlich hier nimmt mich ein Auto so hart, oder? Also da ist irgendwie... Christian fährt auch falsch rum. Okay, ich hab Dalu ein bisschen dämlich gemacht. Fährt nur Sturmi richtig rum. Fahren sie mit drei Bussen. Okay, Trill hat auch ein bisschen kassiert. Okay, das funktioniert bisher noch nicht so gut von... Trill muss auf jeden Fall resetten. Von der Taktik her. Oh, Dalu zugesetzt. Smart, wir gehen jetzt zu Team Rot rein. Da komm ich durch. Trillox ist noch ein potenzielles Opfer für Christian. Sturmi 1 HP, ich 1. Team Gelb könnte noch richtig aufholen. Oh, 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 oh! Paul! Wir müssen gelb irgendwie kriegen. Ouuuuh! Ich bin tot. Packerplatte holt auf Trillox! Oh, Trillox! Oh, Trillox kriegt doch Punkte! Oh, Trilux hat da Punkte gekriegt. Ja, Moin! Wer ist da bei dem grünen? War das der grüne Buster, wo jemand gerade von uns war? Aber Team Gelb holt auf und Team Blau ist auch richtig gut mit den Punkten dabei. Was macht Christian denn da? Wir sind acht Buster, die alle verkehrt rumfahren. Du kommst da nicht durch mit dem Auto. Ach du Scheiße. Team Rot hat Trilux verloren. Sturmi ist bei Team Grün draufgegangen. Ich würde sagen, Team Grün hat keine Chance auf den Sieg, weil nur Sturmi ist richtig rumgefahren. Christian hat jetzt auch umgedreht, aber Christian hat nicht mehr viel Leben. Tuni, willst du nicht auch mal Startziel einfach nur hin und schwer fahren? Oder bist du auch tot? Ich wollte ihn da gerade rammen. Wenn sie... Eieieieieiei! Das könnte noch richtig, richtig klapp werden, Leute. Das wird auch noch richtig klapp. Wenn Team Gelb das jetzt noch holt, dann raste ich aber komplett aus. Ist egal, wir dürfen nicht letzter werden. Team Rot muss jetzt getakedown werden. Nancy, hol den Pillar! Jawoll! Nice! Komm, 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 komm! Wie viele im Bus gefahren? Nancy hängt fest. Ja, ich hab Kevin nochmal bekommen, Baba-Blatte-Tut. Oh, 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 oh! Hier sterben noch ziemlich viele. Raved ist auch fast down. Aber Team Rot führt noch. Nancy ist noch im Bus, der fährt. Team Gelb muss noch punkten. Richtig krass punkten. Toni? Ja. Du kannst ihm nicht ausweichen. Tano kotzt gerade noch. Ja. Wir gehen mal zu Team Gelb. Welche Position bist du? Das Ziel... Oh, nee, 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 nee. Das ist so knapp und spannend. Holy shit. Schön, wir sind gerade. Es ist auch echt alles drin. Jetzt schön durchkommen, Leute. Außer für Team Grün. Die können's nicht reißen, aber Team Gelb ist mit der Platzierung jetzt richtig, richtig gut dabei. Versuchen, das kannst du doch noch holen. Ja, der Honor, der Nicklas ist durch. Piep, piep, piep. Die vom Anfang wirklich schlecht... Oh, Nancy holt sich wieder, Peter. Peter sitzt wieder zurück. Dadurch hab ich ihn wieder gekriegt. Sehr gut. Nice. Dritter. Brieft. Hat sich abseits hingestellt, damit man keinen Kopf für sie kriegt. Oh, das wär natürlich richtig... Oh, Laura hat sie aber erwischt. Oh, loll, wir haben die wirklich Punkte gekriegt. Oh, Laura hat richtig Punkte dafür gekriegt. Team Blau mischt sich doch mal ein hier am Ende. Ja, aber wir brauchen die fünf. Oh, das ist heftig. Wir brauchen die fünf vom ersten. Oh, das ist heftig. Wir sind ja im Augenblick fast noch vorne. Oi, 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 oi. Beide Gelben sind Erster, Zweiter. Schön gemütlich durch. Oh, was macht Nancy denn da? Geh, fahr, fahr. Okay, wir haben eine rote Person noch. Nancy, hol die Honor. Oder Peter. Oh, fuck. Scheiße. Ich hab nicht fast alles. Ich fühl das, Nancy. Sehr gut. Als Erster. Und ich komme als Zweiter durch. Oh, das ist knapp. Oh, ja. Erster Zweiter. Ja. 93, aber Anna holt auch noch Punkte. Ich muss alles wegholzen, was geht. Nein, sie sind auf jeden Fall verrot. Sie brauchen noch einen Takedown. So wissen wir jetzt noch. Sie brauchen noch einen Takedown. Wir müssen, wir brauchen noch fünf Punkte. Nancy, wir brauchen noch einen Takedown. Aber Nancy ist doch noch da. Aber Nancy ist doch noch da. Alles hängt da hinten an. Da kommt ein Blau. Da kommt Lara. Fahr richtig rum oder was? Ach shit, Lara ist aber... Kannst du irgendjemanden noch zerstören? Fährt er noch? Nancy, was meinst du? 20 Sekunden. Ja, fahr richtig rum. Wir fahr richtig rum. Hä, sie ist doch viel zu weit weg dafür. 20 Sekunden reichen niemals. Nee, ich will nix. Nein. Nein. Aber es ist nur noch Lara im Rennen. Das heißt, sie könnte höchstens nur noch Lara Takedown. Wenn sie Lara Takedowns hier in der Kurve... Weil es weiter nur drei Punkte gibt. Das ist gar nicht Lara vor ihr. Nein. Das habe ich... Das war so knapp. Jetzt habe ich das mit den Punkten auch endlich verstanden. Das war so knapp. 35. Die kriegen leider noch zwei Punkte. Das heißt, Rot hat gewonnen mit 36. Alter, was ein knappes Finale. Wir haben 35. Wir sind Zweiter. Na immerhin. Holy shit. Glückwunsch Team Rot. Das war unfassbar. Knapp. Das war so verdammt knapp. Halleluja. Wenn Team Gelb noch einen Takedown gemacht hätte, hätten die gewonnen. Das war... Das waren aber nicht die Luschen. Das war... Dafür, dass Team Gelb am Anfang so abgeschlagen war und ihr so weit vorne. Habt ihr es nochmal richtig spannend gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. War wahrscheinlich auch nicht so nervenaufreibend für euch, aber hey. Doch. Holy shit. Diese Busmeter, die ist ja mal... Uiuiuiui. Oh Mann ey. Ich hab's so mitgefiebert. Halleluja. Und der Chat auch. Also da nochmal Glückwunsch vom Chat. Lass mal alle oben in die Lobby gehen und nochmal fürs Finale, fürs Siegertreppchen jetzt hier zusammenkommen. Bitte einmal alle oben noch in die Lobby für die Siegerehrung. Bitte nochmal einmal in die Lobby. Wir werden in die Lobby geholt. Bitte nochmal einmal in die Lobby kommen für die Siegerehrung. Antonia, ich sag mal... Antonia, ich sag mal... Ich sag mal, wie gesagt wurde, während des Events meinte ich so nicht. Oh, die war so... Alter! Also was da noch abging bei Team Gelb ganz am Anfang, äh ganz am Ende. Halleluja. Das war so ein spannendes und knappes Finale. Glückwunsch an Team Rot, die mit einem Punkt Abstand, nachdem ihr das am Anfang so überragend geführt habt. Aber was habt ihr jetzt noch so knapp gemacht? Mit den zwei Bonuspunkten, dass wir als erstes da waren. Ja, so sieht's aus. Also... Und zwei zweite Plätze. Einmal Team Grün und Team Gelb, die sich heftig, deftig nach vorne gekämpft haben. Die waren sehr abgeschlagen am Anfang. Also Glückwunsch an Gelb und Grün. Und Team Blau konnte auch im letzten Rennen dann nicht mehr aufschließen. Hat aber 26 Punkte hier. Und, äh... Immerhin. Ja. Aber wie ihr gerade die letzte Runde noch rasiert habt, war stark von Team Blau. Ihr habt da noch gut aufgeholt. Aber wir haben auch keine Nachrichten von Pommel gekriegt. Äh... Also einfach sehr, sehr geiles Event. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja. Auf jeden. Mega nice. Können wir es nächste Woche nochmal machen? Ich komme auch pünktlich. Versprochen. Ich möchte mich gerne bei Dalu und bei Lara und bei Fischkop entschuldigen. Ohhhh. Ohhhh. Na Reeve, wo ist deine Entschuldigung? Ja Reeve, wo ist deine Entschuldigung? Ja Reeve. Ich hatte nur die falschen Reifen drauf. Das war überhaupt nicht mit Absicht. Ich bin immer ausgerutscht. Ich bin immer ausgerutscht. Das war... Jen, ich hasse dich ab jetzt. Ohhhh. Ohhhh. Das ist ein sauer. Das war einer von euch. Also einer von euch... Ich weiß... War Honor auch auf der Strecke vertreten? Nee, den hab ich nicht. Der war doch in Age of Empires unterwegs Dalu. Ja. Komm, warum musst du jetzt... Ich bin doch schon letzter geworden. Und dann noch einen reindrücken. Ey. Dann noch einen reindrücken. Aber Sepp, Sepp, großes Dankeschön für die Organisation. Mega geil. Dankeschön. Danke. Danke. Das wird nicht das letzte Event gewesen sein. Mähren Sepp. Dankeschön. Danke. Dankeschön auch an euch. Ja, war sehr geil. Also... Beim nächsten Mal, ne? Beim nächsten Mal. Äh, also beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Das war halt nicht der schönes Fein. Hedet euch euren Gräuel fürs nächste Mal auf. Und beim nächsten Mal von der Strecke. Oh ja. War mir ein Fest. War mir eine Ehre mit euch. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. War schön. Vielen lieben Dank fürs mitmachen. Danke, Sepp. Und... Tschüss. 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 Sehr, sehr geil. Alter Schwede. Richtig. Nice. Ja, sehr nice. Ich bedanke mich auch nochmal, dass ich dabei sein durfte. Als... Na klar, Rossi. Mensch, war nice. Also, dass ihr so aufholen konntet. Mega cool. Vielen lieben Dank auch an dich. Und... Hat auch Bock gemacht. Gerne wieder. Safe. Ähm... Ja, schön.